Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 385. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin, der Herr Basti, Gude und Grüße, und der Herr Dennis, Ja, Servus, Hallo. Die Frau Alex ist leider noch kränklich zu Hause, von daher heute nicht mit dabei, dann habt ihr ihr noch nicht genug gute Besserungswünsche geschickt, dann spätestens wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, mal ran und ihr Genesungswünsche schicken. Ja, wir wollen reden über Fußball tatsächlich, wir haben uns gerade eben im Vorgespräch dafür entschieden, wir werden jetzt nicht großartig über all dieses Hauptthema sprechen, weil wir der Meinung sind, dass sehr viel dazu schon gesagt worden ist und es jetzt nicht so viel Neues gibt. Wer weiß, was das Wochenende bringt, ob wir da vielleicht nächste Woche noch mal drüber reden, aber auch Basti braucht da glaube ich so ein bisschen Ruhezeit, damit er da wieder runterkommt, von daher reden wir tatsächlich heute mal über Fußball. Aber wer sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen will, dem empfehlen wir natürlich die aktuelle Folge 93. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der die noch nicht angefangen hat zu hören, aber ansonsten hört da mal rein. Ich glaube, ihr habt gefühlt irgendwie zwei Stunden das Thema auseinandergenommen, Basti, kommt hin. Ja, zwei Stunden ungefähr. Da sind so ziemlich alle Dinge drin, die irgendwie wissenswert sind und der Sounds2Move hat uns auch noch einen etwas längeren Twitter-Thread dazu geschickt, den verlinken wir euch auch und dann könnt ihr euch das da alles durchlesen und anhören und wie gesagt, wer weiß, was das Wochenende oder das Pokalspiel morgen, über das wir gleich auch noch reden werden, noch so alles mit sich bringt, aber dann reden wir da nächste Woche vielleicht drüber. Das schauen wir mal an, aber getreu nach dem Motto, bevor man es selbst schlecht nochmal neu macht, lässt man lieber das Original dann dafür sprechen, insofern. Apropos Original oder Originell. Originell war auch, glaube ich, eure Fahrt nach Salzburg, wo ihr euch alle drauf gefreut habt, ein Spiel an einem Donnerstagabend zu sehen, was dann leider erst an einem Freitagabend stattgefunden hat, weil sich die UEFA auf Anraten der Menschen vor Ort entschieden hat, wegen Orkanwarnung. So war das noch, glaube ich, das Spiel von Donnerstagabend auf Freitagabend zu verlegen. Ihr wart alle vor Ort, also sowohl Marvin, Dennis, Basti. Wie war das vor Ort? Weil ich konnte es ja relativ einfach, also meine Umplanung war nur, was mache ich dann heute Abend, wenn ich auf der Couch sitze? Das ist relativ einfach zu lösen, aber wie war das vor Ort? Wer soll denn zuerst? Also weil, ja, für alle, die es nicht wissen, Marvin und Basti und ich sind im Endeffekt nicht gemeinschaftlich da unterwegs gewesen, sondern tatsächlich in getrennten Gruppen. Dementsprechend haben wir es wahrscheinlich auch etwas unterschiedlich erlebt. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also für uns war es tatsächlich, ja, doch recht überraschend. Die Informationen sind ja erst mal so ein bisschen reingeplätschert, hat mir auch erst gedacht, soll das jetzt schon schlechter Schert sein, weil man erst mal gar nichts von irgendwie Orkan oder Wind oder sonst irgendwie gespürt hat. Manchmal ist das ja dann über den ganzen Tag schon schlechtes Wetter oder richtig unangenehm. Das haben wir jetzt nicht gemerkt gehabt. Tatsächlich aber zur Beruhigung von allen, die Verschwörung und sonst irgendwas dahinter. Nachts war es wirklich sehr unangenehm. Wir haben ja noch nachts heimgelaufen, also es war dann tatsächlich auch sehr, sehr windig. Ob das jetzt das Spiel noch beeinflusst hätte oder auch die Abreise der Fans, was ja angeblich dann der wirkliche Grund war. Keine Ahnung, für uns war es im Endeffekt tatsächlich etwas schwierig, weil ja auch der Zug dann am nächsten Tag schon wieder zurückgebucht war und war sehr viel hin und her nachts noch wild in der Kneipe beziehungsweise Irish Pub den Zug verlegt. Dennis, erklär mal, wie habt ihr das denn genau gemacht? Also ich meine genau, ihr wolltet ja alle am Freitagmorgen dann wieder zurückfahren. Das war ja der ultimative Plan für euch. Und wie habt ihr es dann gemacht? Was hat das viel Geld gekostet? Erzähl mal. Also konkret wären wir normalerweise am nächsten Tag um 12 Uhr gemütlich ICE erst über München und dann nach Hause. Und da haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Die Zugverbindung am Anfang waren noch, als die Infos noch sehr frisch waren, noch sehr günstig, haben wir gedacht, oh na, für knapp 40 Euro, 35 Euro könnte man den Rückzug sozusagen umbuchen und zwar um 23 Uhr ist der dann im Endeffekt gefahren. Also alles auch eigentlich recht gut entspannt machbar. Einziger Nachteil war, man hatte dann vier Stunden Aufenthalt nachts in München am Bahnhof nicht unbedingt so zu empfehlen. Das waren doch relativ freaky Leute unterwegs, aber Preis und Ordnung knapp Mitte 30 Euro. Dann hatten wir aber, jetzt kommt ja der Oberkracher, eigentlich haben wir dann zu lange überlegt. Dann sind die Preise natürlich gestiegen, 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 gestiegen. Waren irgendwann 100 Euro ungefähr pro Ticket. Haben wir gesagt, boah, 100 Euro nochmal der Zug, ei, 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 dass er wer hat. Aber tatsächlich, die Systeme haben sich dann etwas, sind ja meistens Algorithmen, die da arbeiten. Die Systeme haben sich ein bisschen beruhigt und dann kamen tatsächlich wieder Angebote für 35 Euro rein. Und dann war eigentlich die Entscheidung nicht mehr, gerade mit ein paar Bierchen im Kopf, nicht mehr sonderlich lange überlegt. Und ja, war auf jeden Fall dann danach auch wieder gute Stimmung, weil das war schon relativ getrübt. Es war auch lange Zeit erst mal, ah, was machen wir jetzt? Und dann ist auch die Partystimmung ein bisschen getrübt. Obwohl du ja, muss man wirklich sagen, für jeden, der nicht da war, musst du dir das vorstellen, wir kamen in die Stadt und es waren wirklich fast nur Frankfurter da. Wir waren abends in jeder Bar, in jedem, wir sind in verschiedenen Clubs und ja, ich sage jetzt mal Bars gewesen, dann lief Eintracht. Was soll das sein? Ich sage jetzt mal Bars gewesen. Ich sage jetzt mal Bars, weil Irish Puppies für viele, viele Endeffekts war, ist ja im Endeffekt, ja, wie gesagt, dann waren wir noch im Kuhstall und was weiß ich. Also so komisch, ja, das ist im Endeffekt eine Diskothek für Saufmusik im Endeffekt, genau. Also kannst du dir das so vorstellen und da liefen Videos vom Pokalfinale auf einem riesen Beamer, Leute total geil drauf, alle hatten Bock. Die Preise waren im Endeffekt egal, hat man für ein Bier dann 5, 6, 7, 8 Euro bezahlt, kam dann auf die Location an. Aber es war wirklich im Endeffekt eine coole Stimmung, die Leute waren wirklich gut drauf und man hat da schon gemerkt, die Leute werden nicht heimfahren, sondern die werden irgendwie versuchen umzubuchen, fahren mit dem Bus, fahren teilweise mit Flixbus oder haben dann noch ein Auto gemietet oder irgendwie so einen 7-Mann-Bus sind nach Hause gefahren. Also es waren sehr viele Leute, die sehr, sehr geil drauf waren, das Spiel trotzdem zu schauen und was man ja im Stadion auch gesehen hat, es waren noch wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute da. Aber dementsprechend, Marvin, Basti, wie habt ihr es denn erlebt? Wie war es denn für euch? Ja gut, also unsere ursprüngliche Planung war ja sowieso mit Auto, also wir hatten einen Bus quasi, wir waren mit, wie viele Leute waren wir, Marvin? Sieben? Ja. Wir waren mit sieben Leuten und wir hatten halt dementsprechend ein paar Hotelzimmer und wir wollten eh von Mittwoch bis Freitag bleiben. Das heißt, für uns hat sich die Problematik ein bisschen kleiner dargestellt im Sinne von, okay, dann können wir halt statt irgendwie nach dem Auschecken erst nach dem Spiel nach Hause fahren. Das heißt, wir reden hier über eine Differenz von 8, 9 Stunden später nach Hause. Das musste natürlich erstmal mit allen abgeklärt werden, ob das auch geht, ob jetzt irgendwie nicht einer Freitagabend noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges hat. Hat ziemlich schnell sich rausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, als wir dann wussten, dass das um 18 Uhr am nächsten Tag ist, ging es eigentlich. Dann standen wir irgendwie auf so einem Platz und dann Marvin und ich guckten uns an und so, von wegen, ja gut, jetzt wissen wir ja Bescheid, was wir machen, was machen wir denn jetzt? Und dann war eigentlich nur ein Satz so von, ja gut, dann saufen wir halt. Ja gut, irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Ja, aber die Phase davor war halt ein bisschen nervig. Es kamen die Absage, dann kamen die ersten Gerüchte, dann gibt es ohne Zuschauer, mit Zuschauer, dies, das, bla bla bla. Ja, das ging ja dann auch ziemlich schnell, dass man wusste. Und dann, ja gut, dann sind wir wieder in die Stadt gegangen, nachdem wir Mittwoch schon echt einen lustigen Abend hatten. Oh ja! Dann sind wir tatsächlich, eigentlich war es eher so ein Murmeltier-Ding, dann haben wir halt alle Leute, die noch dazukamen, auch in dieselbe Bar bestellt, an der wir am Vorabend schon waren. Also hat sich dann bewährt gehabt, dann sind wir dann auch wieder dahin. Und dann waren wir halt immer mehr Leute und der Abend Donnerstag war nicht minder lustig wie der Mittwochabend. Wir waren nur etwas früher eskalativ, muss man tatsächlich festhalten. Ja, es ist tatsächlich so, weil wir halt auch viel früher angefangen haben, weil wir halt immer noch nicht wussten, was wir machen sollen. Es war halt 15 Uhr, es war halt 15 Uhr, haben wir von der Spielabsage dann irgendwie Bescheid bekommen, 15.05 Uhr, ach guck mal, da ist ein Likör in Schnapp standen, dann gehen wir doch da hin. Und dann ging das Ganze halt irgendwie los und das hat dann auch dazu geführt, dass die Ersten um 21.30 Uhr wirklich die Biege gemacht haben, weil sie gesagt haben, sie sind zu angetrunken. Ja, schöne Grüße an Stefan Reich hier, der einfach von allen guten Geistern auch verlassen war. Ja, es war halt 21.30 Uhr und ein paar andere Kollegen kamen um 20 Uhr und wir haben gedacht, das ist bestimmt schon ganz schön spät, wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Fakt ist, es war halt erst 20 Uhr. So ein Tag zieht sich dann ungefallen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, trotzdem, ich glaube wir waren dann am Ende trotzdem schon noch relativ lange da, also es war weit nach zwölf, ne Basti. Also ihr seid ja eh ganz spät heimgekommen, ich bin irgendwie um halb zwei, glaube ich, heimgegangen, also es hat dann doch gereicht, auch am Donnerstag, ne? Ja, gut, ich kam dann noch später nach Hause, aber das tut jetzt, ist ja auch nicht der Rede wert. Details, Details. Was Dennis gesagt hat, mit dem Wind war tatsächlich lustig, Marvin und ich standen ja, äh, in der letzten Bar standen wir auch um, dann um 21 Uhr draußen und haben gedacht, gut, eigentlich müsste ja jetzt hier dieser Sturm anfangen, der dafür gesorgt hat, weil 21 Uhr wäre ja auch ungefähr so die Anpfiffzeit da gewesen, also das Spiel wäre ja gelaufen. Ja, dann war gar nichts, also da war nichts. Genau, genau. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie die nächsten ein, zwei Stunden so ein bisschen aufgeregt, als ich dann irgendwie mal in der nächsten, in der letzten Bar, wo wir waren, bin ich dann irgendwann mal raus, äh, weil ich dann rauchen wollte. Ja, und dann ist das erste, was passiert ist, nach drei Sekunden ist mir die Kappe vom, vom, vom Kopf geflogen und ist direkt in die Salzach geflogen, ist weggeschwommen. Ähm, mir sind Straßenschilder entgegengekommen, die Autos sind an die Seite gefahren und da hast du dann schon gemerkt, okay Leute, das ist schon wichtig gewesen, dass das Spiel abgesagt wurde, war da im Nachhinein tatsächlich sehr, 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 äh, vorausschauend zu sagen, okay, das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, weil wir haben ja dann am nächsten Tag gesehen, dieses Stadiongelände ist ja auch sehr offen und weitläufig gewesen, also da hätte nichts, da ist nichts in der Nähe von diesem Stadion, was, das liegt ja auch mitten im Industriegebiet und sieht selber auch aus wie irgendwie so ein Industriegebiet, da wäre es schon abgegangen, so windmäßig, deswegen war das alles safe, ja gut, am nächsten Tag, dann mussten wir halt dann, wie man halt so aus dem Motel raus muss, um zwölf aus dem Motel raus, dann hast du halt schon nochmal, äh, bis zum Spiel, paar Stunden toteschlagen, ja, wir sind dann essen gegangen, ja. Das heißt aber, ihr seid dann auch Freitag nach dem Spiel quasi direkt in die Autos, beziehungsweise Dennis dann in die Bahn mit mehrstündigem Aufenthalt und seid dann auf den Rückweg, okay. Also wir hatten noch ein, wir sind erst mal was essen gegangen, ja. Genau, genau. Also so mehr oder weniger dann Rückreise. Ja, wir sind noch was essen gegangen, haben noch die neue Fußball 2000 gemacht, schnell, auf dem lustigen Ikea-Parkplatz. Ja, das war gut. Genau, das ging dann noch ganz gut, aber was wir halt dann wirklich einfach gemacht haben, dass wir wirklich noch was essen waren, das war auch gut, das hat sich als sinnvoll herausgestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, lieber sofort los, aber es war die bessere Idee, weil der McDonalds war nicht wirklich viel los. Und Captain Lossner, schöne Grüße an dieser Stelle, hat einen glutenfreien Burger bekommen, da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Auch ein Punkt, dass man merkt, dass die Österreicher da ein Stück weit, ja, vielleicht sogar fortschrittlicher sind als wir. Zur Stadion-Experience selbst muss man auch mal sagen, ich glaube, das haben wir bislang ja noch gar nicht angesprochen. Nee, das wäre jetzt auch tatsächlich mal eine Frage gewesen, wie war denn so die Experience im Stadion, im Fernsehen, wirkte das so ein bisschen, ja, befremdlich, also es sah irgendwie sehr, weiß ich nicht, also so heimelig und irgendwie so Stadion, wie man sich das jetzt vorstellt, fand ich jetzt nicht. Also ich finde es ein scheiß Gurkenstadion, also wäre jetzt, ist die etwas härtere Umschreibung von dem, was ich ausdrücken wollte, ja. Also ich muss halt, ich muss halt sagen, was mir echt gut gefallen hat, das will ich auch mal ganz gleich hier festhalten, ist, dass die, die ganzen Österreicher und Österreicherinnen, die wir in den Tagen zuvor getroffen haben, alle sehr zuvorkommend waren, waren sehr freundlich. Wir haben eigentlich nur coole, also zumindest ich habe jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, das war alles sehr harmonisch. Ja, wir auch tatsächlich, ja. Was mir aufgefallen ist, dass natürlich alle wussten, dass wir zu dem Spiel gegen Frankfurt da sind, aber keiner hat gesagt, dass er Red Bull Fan ist. Es war ziemlich deutlich, dass der eine hat gesagt, ja, guck, du sprich aus Wien, er ist Rapid Fan, wir haben ein, zwei Innsbrucker gesehen, ja, aber es war niemand, der gesagt hat, oh ja, ich bin großer Red Bull Fan, vielleicht wollten sie sich auch nicht irgendwie in die Karten schauen lassen. Aber es hat sich dann auch so im Stadion selbst dargestellt, was wir dann gesehen haben, war ein Mehrfall Klatschpappen tatsächlich. Ich sah Fotos von diesen komischen Klatschpappenhaltern, die ja vorher nur irgendwie in Worten beschrieben wurden und dann habe ich die ersten Bilder gesehen und habe mir auch gedacht so, ja, okay, da willst du definitiv nicht hin. Ja, trotzdem, es war das erwartbare Szenario, was ja das bisschen skurrile war, vorm Stadion kriegst du tatsächlich nur Essen und Trinken, also vorm Stadion, wenn du Heimfan bist. Also es gibt tatsächlich, gab es nur eine Möglichkeit, sich da was zu essen und zu trinken zu holen, da durfte man dann aber nicht rein. Das hat uns dann dazu veranlasst, dass wir schon ziemlich früh ins Stadion sind, glaube ich. Ich glaube, wir sind sogar 20 voranfreien, weil wir halt irgendwann mal was trinken wollten. Okay. Das Stadion sieht sehr, sehr merkwürdig aus, die Zuschauer auch, aber wie man sich das vorstellt, da sind halt trotzdem viele, wo du siehst, okay, die gehen halt hier mal hin, aber wirklich viel zu tun mit dem Verein haben sie nicht. Also du hast eine sehr, sehr hohe Dichte an Fans, die sich diese Spieltagsschals anziehen und das hast du ja eigentlich nicht so oft. Also eigentlich machen sich ja Leute, die häufiger ins Stadion gehen, bisschen lustig immer über diese Halb-Halbschals zum Spieltag. Also das ist ja maximal so ein, das weiß ich nicht, das kaufen sich Leute, das kaufe ich mir zum Beispiel, wenn ich vielleicht mal Groundhopping-mäßig irgendwo bin als Erinnerung. Aber das hat ja mit nichts zu tun. Dementsprechend die Fans, die wirklich Fans, die gesungen haben bei denen, waren auch sehr, sehr klein, das war ein mini kleiner Block, haben dann so eine eigenartige Choreo probiert, das Ganze drumherum mit dem Stadion. Sprecher und Sprecher, das war arg skurril, muss man sagen. Also das hatte schon ganz, ganz merkwürdige Züge, wie die probiert haben, da dieses Wunder zu beschreien, auf was für eine Weise, mit welchen merkwürdigen Gesängen, also so ein bisschen merkwürdig. Was man sagen muss, die Stadionmusik war in gewissen Teilen gar nicht so schlimm. Also es gab ein paar lustige Lieder so, aber das war es dann auch schon. Also es ist tatsächlich, wie man sich das halt vorstellt, wenn es halt ein Club ist, der Red Bull ist, das ist ja alles sehr, sehr steril, das kann es schon ein bisschen mit Leipzig vergleichen. Ja, aber wie Dennis das auch schon gesagt hat, es waren erfreulich viele Eintracht-Fans dort, nachdem A diese Verzögerung da war, plus B, am Anfang war es ja auch gar nicht so leicht Karten zu kriegen, beziehungsweise hatten ja viele Leute Karten auch, aber die wurden ja teilweise wieder gesperrt, weil Red Bull Salzburg da tatsächlich auch in die Verkaufsdinger im Internet gegangen ist und die ganzen Karten halt sperren lassen und so. Aber dafür, muss ich sagen, waren schon viele da. Ich würde, ihr wisst jetzt, gar keine Zahl, kann einer von euch einschätzen, wie viele das waren? 3.000, 4.000, keine Ahnung. Also ich hätte locker 4.000 gesehen. Ich habe das von 5.900 gelesen, aber das wäre krass gewesen. Also sind auf jeden Fall, dann lass uns doch mal so einigen auf über 4.000, das war schon geil. Ja. Weil du hast echt gemerkt, richtig geil, wie viele Eintracht-Fans da waren, auch noch die Nacht geblieben sind, ne, haben dann ja auch versucht, viele haben ja dann noch versucht, weiterzubuchen, damit sie noch da bleiben können und so, ne, damit sie am Freitag dann auch noch das Spiel sich anschauen können. Das war ja wirklich, waren echt viele, die auch einen Tag später noch da waren. Das ist halt grandios, weil sich da so die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Magie, die Eintracht-Fans einfach wieder aufzeigt, ne, und alle motiviert. Die Stimmung war gut, habe ich das Gefühl gehabt. Und im Spiel selbst hängt es natürlich auch damit zusammen, wie spielt die Eintracht? Und ich hatte so in den ersten 15 Minuten natürlich schon meine Bedenken, aber ich wurde dann auch ein bisschen relaxter, weil die Fans waren dann auch da. Aber, naja, dann haben wir ja gesehen, dass es ja auch selbst spielerisch dann ganz gut lief, ne. So ist es ein Punkt noch ganz kurz zum Stadion oder zu der Formierung der Fans auch, was ganz witzig war. Wir hatten ja leider, wir waren mit sieben Leuten ja da und vier Karten für den Oberrang und drei Karten für den Unterrang. Und es gab ja keine Möglichkeit sozusagen die Ränge zu tauschen, sondern du hattest im Endeffekt ja deinen Ring und entweder warst du auf dem Oberring oder auf dem Unterring. Und das Witzige ist aber, es gibt keine Kontrollen zwischen den Blöcken. Das heißt, wir sind reingegangen in den, ach, wie heißt denn der Bulli-Bulli-Kids-Club oder wie der Scheiß heißt hinten. Also die Familien. Wie der Scheiß heißt. Bäm! Tut mir leid, tut mir leid, ja. Der Familienbereich, da sind wir eingelaufen und sind dann tatsächlich, konnten bis zum Eintracht-Block laufen und mussten dann eben in den Nebenblock. Und der war vorher noch abgesperrt durch so ein Netz und halt diese typische Pufferzone. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es dann so gewollt war oder nicht, auf jeden Fall ist natürlich dieses Netz runtergerissen worden. Und ja, etliche Eintracht-Fans haben sich dort dann eben gesammelt. Und dann war auf einmal dieser Puffer-Block voll eben auch noch mit Eintracht-Fans. Es war dann natürlich ein Zaun zu denen, die tatsächlich reguläre Gästekarten hatten. Und direkt daneben waren eben dann die Salzburg-Fans. Und da hat mich tatsächlich gewundert, dass nachdem, ja, ich glaube es war beim 2-2 und war natürlich die Stimmung sehr dann trotzdem auch ausgelassen. Und es wurde dann ein bisschen, ja, auch von manchen Frankfurtern vielleicht ein bisschen übertrieben gejubelt und auch ein bisschen Quatsch gerufen. Und dann sind tatsächlich ein paar Becher geflogen. Ich hätte mir nie gedacht, dass von Red Bull-Seite auch Leute sind, die Emotionen haben können. Also es sind ein paar Becher geflogen und die Polizei hatte dann doch etwas zu tun. Auch der Ordnungsdienst, tatsächlich, die Leute wurden aus dem Stadion, aus dem Bereich, aus ihrem Block rausgeschmissen. Das ist schon eigentlich was, wo du denkst, was ist denn das eigentlich für eine Situation? Wenn das in Frankfurt passieren würde, ich würde es so kotzen, wenn im Endeffekt da vorher die Kontrollen nicht gescheit wären und so weiter. Aber da sieht man auch, war im Endeffekt eine interessante Situation, weil ich nie gedacht habe, dass man aus einem Red Bull-Fan doch so viel Emotionen rausprügeln kann. Aber anscheinend... Das war für mich zum Verständnis. Ihr habt gefeiert, nachvollziehbarerweise, weil ja dann klar war, nächste Runde, die fanden sich provoziert, haben Becher geworfen und dann sind aber auch die quasi rausgeschmissen worden. Richtig, ja, die Ordner kamen tatsächlich auch mit Polizei teilweise und haben dann die Leute eben durch der was, der was, also auch wieder total wie Kindergarten, Leute dann aufgestanden. Also es war auch nicht irgendwie, dass sich die Fans von Red Bull dann solidarisiert haben, haben gesagt, wir wissen nicht, wer hier geworfen hat, sondern 20 Leute standen dann daneben, haben auf denen gezeigt, der hat gerade hier Becher geworfen. Hier, da ist er. Hier, das war der Klaus-Werner. Wegschwein, Alter. Also schon skurril gewesen. Aber da siehst du, was wir... Ich bin sonst ja gegen. Genau, genau. Also so ist es, so ist es, genau. Also da, wir können noch viel lernen aus Österreich. Nein, Quatsch. Also es war wirklich skurrile Bilder. Lass uns diese Truhe nicht aufmachen. Jaja, sowieso nicht, genau. Aber also skurrile Bilder, so ist es, ja. Aber ich glaube, Marvin und ich hatten ja auch teilweise, Marvin war ja mit, wir waren ja getrennt im Stadion dann, aber Marvin hatte jetzt auch nicht die beste Gesellschaft. Ich auch nicht. Nee, es war schwierig. Es war schwierig zu ertragen, weil ich meine, die ersten zehn Minuten waren ja sowieso schon schwierig zu ertragen. Ja, so, ja. Was passiert hier so? Also du hast wirklich gedacht, scheiße, jetzt gibt es gleich nach diesen ganzen Eckbällen. Ja. Nach dem 1-0 sind schon sehr, sehr viele Leute in unsere Richtung gekommen und haben aufreizend gejubelt. Und das Problem war, da war halt einer dabei mit einer grünen Jacke. Konnte ich mir halt leicht merken, weil er halt so eine auffällige grüne Jacke anhatte, dass ich beim 1-1 natürlich diese grünen Jacke wieder gesehen habe und ihm das zurückgegeben habe. Es war sehr skurril teilweise. Ich muss aber sagen, es war nicht auf krass unangenehme Weise, sondern das ist jetzt, also ich glaube nicht, dass sich das unterscheidet, wenn ich, weiß ich nicht, wenn du in Dortmund stehst zum Beispiel, da ist der Gästeblock ja auch merkwürdig nah an diesen normalen Blöcken da so. Da passiert dir das Gleiche so. Also es ist ganz normal. Ich meine, das ist auch nichts Schlimmes im Endeffekt. Also ich fand es nicht dramatisch schlimm, was da passiert. Gar nichts dramatisch, es ist ein normales Fußballspiel tatsächlich. Genau, die Polizei, muss ich auch sagen, hätte ich schlimm erwartet so. Also ich hätte die viel aufgeregt erwartet, die waren auch eigentlich easygoing, die konntest du sogar teilweise was fragen. Auch nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Ja, aber um auf dieses Spiel sich zu fokussieren, das war tatsächlich in den ersten 10 Minuten sehr, sehr schwer. Muss aber sagen, nach dem 1-1, ab dem 1-1 war ich tatsächlich auch von der Spielweise, durch die Spielweise der Eintracht, tatsächlich einigermaßen gechillt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall gehe ich mit, ja. Ja, definitiv. Die Sache, nach dem Anfang, nachdem auch das Elfmeter nicht gegeben wurde, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, okay. Da konnten wir von Glück sagen, dass der halt nicht gegeben wurde. Wo Hinteregger den Gegenspieler im Strafraum unten am Bein trifft. Ja, genau, das waren dann kurze Minuten, wo ich gedacht habe, ah, okay, das läuft hier gerade nicht in eine gute Richtung. Ja, das wäre so eine blöde Situation gewesen, wenn es den tatsächlich gegeben hätte. Ich glaube, das hätte dem Ganzen einen stärkeren Knick verpasst als das 1-0, wie es dann gefallen ist. Ja, aber dann ist es so, dass sie ein bisschen zurückgezogen haben und die Eintracht ist stärker geworden. Und dann merkst du halt, dass die Motivation in diesem Spiel auch wieder da war. Ja, und die halt hier das Ding auf jeden Fall bestreiten und auch irgendwie, wenn nicht siegreich dann, aber zumindest insofern erfolgreich, dass man eine nächste Runde kommt irgendwie gestalten wollten. Und dann ging es rund und da habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Und trotz der Tatsache, dass dann irgendwann das zwischenzeitliche Gegentor gefallen ist, da haben sich dann auch einige, haben sich ja auch dann relativ früh auch in meine Richtung dann gefreut. Naja, das Lachen ist denen dann irgendwann im Halse stecken geblieben, weil die Eintracht dann auch irgendwann wieder gekontert hat. Und dementsprechend, wie du jemanden hattest, wie Kostic, der andauernd am Wirbeln war. Du hast gemerkt, dass die Eintrachtsspiele auch um Silver einfach da waren und einfach wollten. Und das muss ich auch sagen, ist interessant für mich gewesen. Na klar kann man immer sagen, ja gut, wir müssen ja einen Tag später spielen. Aber ich weiß nicht, ob das auch einfach ist, die Spieler so einzustellen, dass du problemlos einfach einen Tag später genau die Leistung bringen kannst, die du dir angedacht hast. Und für mich hat das dann gut funktioniert. Ich stelle mir das tatsächlich als Spieler auch schwierig vor, weil du dich ja auch quasi ab dem Tag davor wirklich auch gedanklich immer mehr auf dieses Spiel vorbereitet. Vermutlich bin ich ja kein Profifußballspieler oder auch nie Fußballspieler gewesen, aber du natürlich auch so ein bisschen so einen Plan im Kopf hast, wie du das irgendwie angehen willst. Da haben doch einige auch geschlafen gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Als die Weldung kam, dass das Spiel verschoben wird, waren welche noch in diesem Ruhebereich oder haben da irgendwie sogar noch richtig geschlafen und sind dann im Endeffekt, also das stelle ich mir auch etwas skurril vor, da bist du dann im Endeffekt wirklich schon mega heiß aufs Spiel, musst dann im Endeffekt, damit du einfach deinen Fitnessplan, wie auch immer, dann hast, dann gibt es ja nochmal diese Ruhepausen und dann wirst du im Endeffekt da raus. Also glaube ich tatsächlich, dass das dann nochmal am nächsten Tag Motivation kostet, auch diese Ruhepause so anzunehmen, wie du sie eigentlich nehmen musst, weil es ja vielleicht gedanklich doch so auf, findet das jetzt wirklich statt, ist das, ist das, ist das. Das stelle ich mir auch schwierig vor, tatsächlich. So, René. Nee, alles gut. Das war so ein Kern auch das, wo ich drauf hinaus wollte, dass es einfach auch schwierig ist. Du hast diese Spannung und du fällst ja dann automatisch dann auch so ein bisschen in so ein gedankliches Loch dann da rein und musst dann auch irgendwie gucken, dass du das auch von so einer Belastungssteuerung irgendwie dann da wieder hinkriegst, weil du bist ja schon irgendwie die ganze Woche drauf ausgerichtet, dass dann zu dem Zeitpunkt quasi dieses Spiel ist. Ja, aber klar, aber dass diese Wackeleien und diese dramatischen Leistungsabfälle in der Eintracht schon vorher vorgekommen sind, auch top vorbereitet waren, irritiert mich trotzdem wieder. Diese ersten zehn Minuten hätten nicht sein müssen. Nee, stimmt schon. Die kannst du auch, wenn du nach vorne kein riesen Konzept hast, mal lassen, dass du einfach mal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringst. Das schafft die Eintracht nie diese Saison. Die Eintracht schafft nie, wenn es merkwürdige Situationen im Spielen gibt, zu denken, wie oft stehe ich neben Marvin und sage, bitte lass die doch jetzt einfach mal drei Pässe hintereinander spielen. Ja. Weil alleine das würde dir ja schon Zeit und Ruhe bringen. Ohne, dass du irgendwie großartig vorankommst. Zumindest hätte aber der Gegner nicht den Ball. Ja. Da ist tatsächlich noch wirklich viel, viel Luft nach oben. Ist natürlich auch dem geschuldet, dass so das Hauptsystem immer war, die Gegner anzulaufen, bei Ballverlust direkt schnell zu sein, was ja auch sehr, sehr gefunktioniert hat, aber so ein bisschen zu sagen, dass die Eintracht mal so ein Spiel auch verschleppt so, was wirklich unattraktiv ist. Aber einfach mal, dass du irgendwie zehn Minuten im Spiel bist, ohne dass was passiert. Ja, das stimmt schon. Gefühlt war das in dem Spiel auch was. Das war auch realistisch in dem Spiel nicht, sondern wir haben immer versucht, gerade dann, wenn wir den Ball hatten, irgendwie schnell zu machen und sind dann irgendwie nach drei Pässen den Ball wieder los gewesen, weil dann doch Salzburg das Ding stärker angelaufen ist, als wir vielleicht gedacht hätten und dann halt sehr oft den Ball wieder verloren haben. Ja, das stimmt. Ja, aber gut. Das betrifft nur die Dings. Die Eintracht hat es ja dann gezeigt, weil im Endeffekt hat die Eintracht in der zweiten Halbzeit dann genau das gemacht. Es hat halt noch ein Tor gefallen, aber selbst das hätte ich dann am Ende gut wegmoderiert und dann gespielt so 2-2, alles gut. Ja, Leute, und tatsächlich, bei allen Ärgernissen, die wir die Saison irgendwie gefühlt schon hatten, die Eintracht ist wieder im fucking Achtelfinale. Genau. Also, das ist schon krass. Ja, so souverän dann doch auch. Das musst du halt mal sagen. Das ist richtig. Es ist schon eine gewisse Souveränität dabei. Natürlich gewinnt so 4-1 zu Hause gegen Salzburg. Liebe Leute, das ist auch kein Selbstläufer gewesen, auch wenn die natürlich momentan nicht in Topform sind. Auswärts gehst du auch ohne Niederlage vom Platz, sondern hast ein gutes Unentschieden gerissen. Das ist auch richtig gut. Du hättest ja zwischenzeitlich sogar noch die Möglichkeit gehabt, auch das zu gewinnen. Da war der Ehrgeiz ja auch da, das muss man auch sagen. Die Spieler der Eintracht hatten auch Bock. Du hast gesehen, Patience, dem ist da nicht viel gelungen. Aber es war zumindest so, dass er versucht hat, irgendwie noch Akzent zu setzen. Und andere Spieler auch. Das ist eigentlich eine richtig gute Leistung. Du bist im Achtelfinale und jetzt hast du einen Gegner. FC Basel, das ist jetzt auch kein unmachbares Los. Ja, der Gegner stand ja vor dem Spiel schon fest, weil durch die Verlegung die Auslösung ja vorher stattgefunden hat. Von daher war ja schon klar, wer dann der Gegner sein wird. Und wir treten dann jetzt an am 12.3. zu Hause gegen Basel und am 19. Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, auswärts in Basel, was ja gerade noch so ein bisschen der Diskussionspunkt ist. Weil, wenn ich das richtig gelesen habe, bis zum 24.3. derzeit alle Ligaspiele wegen unserem Freund, dem Coronavirus, erst mal auf Eis gelegt sind. Es ist tatsächlich sehr verhext, dieses Jahr, muss man so sagen. Also, es ist ja gar nichts Normales mehr so. Also, du hast ja ständig irgendwas Neues. Dann gibt es hier Ausschluss. Dann wird das Spiel, da wird verlegt. Dann gibt es wenig Karten. Und jetzt weißt du gar nicht, ob es stattfindet. Also, es macht ja diese ganze Planung ein bisschen schwierig. Wobei, bei Basel muss man sagen, du musst ja zumindest keine Flüge oder Züge buchen. Du kannst zu Not mit dem Auto hinfahren. Also, du bist zumindest, was das Verkehrsmittel betrifft, spontan. Und Hotelzimmer kann man ja ziemlich spontan immer stornieren. Also, da gehst du zumindest keine finanziellen Risiken ein. Das einzige Risiko, was halt hier besteht, ist wieder, dass man keine Karte kriegt und oder, dass das Spiel gar nicht stattfindet, weil du gar keine Karte brauchst. Oder ohne Fernseher. Genau so. Gibt es ja jetzt, ist nicht Atalanta gegen Valencia jetzt ohne Zuschauer in der Champions League auch? Also, ich meine ja. Es ist zumindest scheinbar eine Praxis, die angewandt wird. Also, kann es wirklich sein, dass sie einfach dann... Ja, es ist vor leeren Rängen, das Rückrundenspiel... Ja, also, siehst du ja, okay. Man muss da jetzt abwarten. Und ich glaube, Weide hat das bei Fußball 2000 auch schon richtig gesagt. Wir wissen ja alle, dass bei Fanausschlüssen allgemein, dass wirklich die Städte, wo die Eintracht-Fans hinreisen, dass 80 Prozent dieser Städte gar eh keinen Bock hat, dass wir dahin kommen, weil die ja dann irgendwelche dubiosen, gegen EU-Recht verstoßenden Stadtverbote ausstellen. Hier, hier haben die es natürlich easy going jetzt. Also, hier können die das, was die gerne irgendwie auf halblegale Weise gerne immer gemacht haben und machen würden, können die ja jetzt einfach sagen, sagen wir hier, gut, Coronavirus können, leider dürfte die nicht kommen. Also, befürchte, dass das leider genutzt wird und bin gespannt. Im schlimmsten Fall können sie es an der Grenze schon dicht machen und alles, was ein deutsches Kennzeichen hat, einfach wieder zurückschicken. Ja, gut, ich meine, das ist ja, du, die Sache ist doch einfach die, wenn das frühzeitig bekannt gegeben wird, dann müssen wir uns darauf einstellen, dann ist es halt zwar ärgerlich, aber was willst du machen, kann sich ändern. Die Schweizer sind da halt sehr restriktiv, was das anbelangt. Fakt ist, wir haben ein Hinspiel, da müssen wir das Ding halt im Hinspiel so klar machen, dass es im Rückspiel kein Nachteil ist, wenn es ohne Fans geht. Und wenn du jetzt auch wieder in 4-1 raushaust, jetzt bin ich ein bisschen optimistisch, aber wenn du wieder ein deutliches Ergebnis im Hinspiel erzielst, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn du im Rückspiel dann halt vielleicht halt keine eigenen Fans auswärts dabei hast. Das kann das bewirken tatsächlich. Ja, das sehe ich auch tatsächlich so ein bisschen als den Vorteil, dass wir das Heimspiel zuerst haben und damit halt einfach ähnlich, wie wir es gegen Salzburg gemacht haben, mit einer motiviert und couragierten Mannschaft da einfach wieder ein ordentliches Statement setzen können und dann, ja, sollte da eigentlich jetzt nicht unbedingt was anbrennen. So meine Hoffnung zumindest. Ja, gut, also es ist jetzt auch geil. Ja, da sollte nichts anbrennen. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Naja, so ganz so einfach. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe nicht gesagt, auf jeden Fall, ich sagte, da sollte nichts anbrennen. Das ist schon noch eine andere Stufe von, ich setze da 200 Euro drauf, dass wir da weiterkommen. Nee, aber man muss ja, das ist trotzdem fast schon eine 50-50-Nummer so. Also Basel ist jetzt auch trotzdem keine Laufkundschaft, die Jahre lang schon bis sie gespielt haben. Und ja, also es ist tatsächlich, das ist nicht das Schlimmste los, aber die Eintracht hat zumindest im Europapokal gezeigt, dass sie auch stärker Gegner schlagen kann. Ich glaube, das sorgt vielleicht auch so ein bisschen für die Bewertung gerade, die wir machen. Also so, wenn die Eintracht jetzt eben erst zum ersten Mal wieder im Europapokal spielen würde und wir würden gegen Basel spielen, dann würden wir vielleicht nicht sofort sagen, wow, krass, ist ja sogar locker machbar, sondern die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren hatten, Donetsk, Inter, Benfica, Arsenal, alle, die wir so gespielt haben, jetzt auch noch Salzburg, plötzlich kommt dir dann ein bisschen schwächelnder FC Basel in den letzten Jahren, kommt dir dann nicht mehr so unmachbar vor. Ist ja auch okay so. Also die Mannschaft soll das ruhig gerne auch so sehen. Ja, ich meine, wir haben ja auch in dieser Saison durchaus gezeigt, dass wenn wir einfach wollen an dem Tag, da halt auch vieles geht. So, das hängt halt für mich auch in dem Spiel wieder mit dem Wollen zusammen, weil dass wir es können, haben wir des Öfteren bewiesen. Das ist für mich nach wie vor so eine Kopfthematik. Es wird aber auch entscheidend sein, wie du auch in diese ganze, in diese kranke Woche oder zwei Wochen startest, weil du fängst ja an, glaube ich, auswärts gegen Leverkusen. Ja. Dann hast du das Heimspiel gegen Basel, dann spielst du zu Hause gegen Gladbach, dann auswärts in Basel, dann kommt auswärts München. Das ist schon echt ein Paket. Also da wird sich schon entscheiden, die Motivation von Spiel zu Spiel. Wenn du im Endeffekt gegen Leverkusen gut reist, dann sehe ich auch gute Chancen. Wenn du dann zu Hause natürlich gegen Basel auch noch was reist, dann nur Motivation auch und dadurch irgendwie eine positive Runde da zu spielen und diese Spiele alle relativ motiviert anzugehen, denke ich, könnte ein guter Läufer werden. Wenn du natürlich jetzt anfangst, schon gegen Leverkusen irgendwie gerade auswärts auch da noch nicht so gut aussiehst, dann wird es auch, glaube ich, zu Hause gegen Basel schwer, dann und so weiter. Ich hoffe einfach, dass wir keinen Negativ-Trend bekommen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das viel ausmacht, wie einfach die Spiele einzeln verlaufen werden. Und deshalb eine Prognose zu sagen, Basel machen wir schon irgendwie, weil Basel Basel ist. Sondern ich glaube tatsächlich, dass diese Dynamik aus diesen verschiedenen Spielen dann eine Grunddynamik insgesamt auch bieten werden. Dass wir nicht unbedingt gegen Gladbach gewinnen müssen, auch nicht gegen die Bayern und auch eigentlich nicht gegen Leverkusen. Und gegen Basel wäre es supergeil, wenn wir da weiterkommen würden. Aber normalerweise vor der Saison oder generell wird da nie einer sagen, du musst gewinnen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich so wichtig, in der Liga die Punkte zu holen und natürlich noch eine Runde weiterzukommen in der Europa League. Das wünschen wir uns auch alle. Dementsprechend ist es einfach etwas, was auch für das Fanherz wichtig ist, aber insbesondere auch für den Verein. Denn eigentlich wird hier ja wieder entschieden, welche Position, wie viele Punkte holst du denn jetzt noch in der Runde? Denn das sind eigentlich die Punkte, da musst du nichts holen. Da kannst du aber schön punkten. Die Spiele hinten raus, haben wir ja gesehen, beim letzten Mal ist uns dann auch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Da musst du dann eigentlich wieder punkten. Da wäre es eigentlich ganz schön, wenn es da eigentlich schon entschieden wäre und wir wissen ungefähr grob, wo es hingeht. Und wenn wir nachher noch mal nach oben gucken können, sind glaube ich auch, ärgert sich keiner. DFB-Pokal haben wir ja auch jetzt noch. Also es ist schon eine heiße Runde. Also ich denke, dass die nächsten Wochen, und wir haben ja damals schon über diesen entscheidenden März gesprochen, das wird schon spannend. Also ich bin gespannt. Oder seht ihr es anders? Ehrlich gesagt, denke ich noch nicht so lange an so einen Moment. Also so dieses, ich bin ein bisschen, ich kann diese Saison halt gar nicht mehr einschätzen, was so ein bisschen verhindert, dass ich mir irgendwie Gedanken mache, wie könnte es laufen, weil im Endeffekt kommt es diese Saison sowieso komplett anders so. Also jeder ist ja jetzt mittlerweile so weit zu denken, okay, wir verlieren, weiß ich nicht, wir verlieren gegen Paderborn und Köln, dafür gewinnen wir in Leverkusen und in München so. Also das ist ja momentan alles durcheinander und jetzt plötzlich denkt jeder, ja, vielleicht kommen wir gegen Basel sicher weiter, aber am Ende kommen wir ins DFB-Kollfinale so. Es kann tatsächlich einfach auch noch alles passieren. Die Eintracht hat in dieser Saison, es ist noch keine Entscheidung in irgendeine Richtung gefallen, dass du sagst, okay, so und so. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns jetzt gerade erst mal auch mit Bremen beschäftigen sollten und die Mannschaft auch so, weil das ist wirklich, das ist wieder ein Spiel, das ist ein Spiel, du hast jetzt Pause gehabt, weil das Spiel verschoben wurde und das ist ein Spiel und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich bei Flutlicht, bei solchen wichtigen Spielen motivieren kann. Ich hoffe, dass sie das macht, weil Bremen ist auch angeschlagen und gefährlich trotzdem, weil die mit Rashica wirklich auch einen guten Spieler haben. Die haben bei uns auch sogar einen Punkt geholt, obwohl die echt eine miserable Hinrunde gespielt haben. Also, das heißt, ich hoffe, dass die Eintracht tatsächlich, weil wir sehen es gerade, wenn du Glück hast, spielst du gegen Saarbrücken oder Düsseldorf im Halbfinale und wir wissen alle, wie geil es ist, nach Berlin zu fahren. Auf jeden Fall. Das sind viele verschiedene Sachen, die eine Emotionalität hinter die Saison bringen können und die auch diese ganze Saison emotional zumindest retten können. Haben wir immer gesehen. Also wir haben das mit dem Pokalfinale und mit dem Pokalsieg auch gesehen. Es ist ganz kurz, weil du wieder das Wort, was wir jetzt auch schon öfter verwandt haben, retten ansprichst. Es ist ja tatsächlich sogar mehr als nur retten, weil es ist ja im Endeffekt wir mit Zwölfter werden und wir kommen ins Pokalfinale oder sonst irgendwas. Dann ist es ja halt einfach schon eine richtig gute Saison, oder? Ich meinte mit retten eher dieses, weil du gefühlt hast, weil wir alle irgendwie in den letzten Monaten das Gefühl haben, irgendwie ist die Saison so kacke, weil du halt gegen In-Panerborn verlierst, du verlierst zu Hause gegen Köln, du verlierst zu Hause gegen Union. Und retten ist dann wirklich auch der falsche Begriff, weil das dann auf ein sehr hohes Niveau schließen würde. Wie du schon sagst, wenn die Eintracht am Ende Zehnter wird, kommt ins Pokalfinale und kommt ins Viertelfinale in der Euroleague, dann war das eine erfolgreiche Saison. Da muss hier nichts gerettet werden. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich, dieser ist dieser Begriff, die hat dieser aktuellen Fan-Emotionalität geschuldet, die man dann so hat. Ja, weil wir es nicht einschätzen können. Die Eintracht ist halt momentan eine unfassbare Wunderttöte. Die gewinnt zu Hause gegen Leipzig, verliert zu Hause gegen Union. Du weißt doch gar nicht mehr, was du denken sollst. Ja, und das ist vollkommen fürchterlich. Gerade, also ich meine gerade auch, darüber habt ihr ja letztens schon gesprochen, das Spiel gegen Union, das wirft mich halt immer wieder in irgendeinem Gedankenkonstrukt, dass ich denke, dass es gibt eine gewisse Kontinuität, komplett zurück, weil sie halt nicht da ist. Natürlich kann man das dann damit und vollkommen richtig begründen, dass zum Teil der zweite Anzug da unterwegs war und dass viele Abläufe einfach nicht funktionieren. Und im Endeffekt musst du sagen, es gibt vielleicht nur die 13, 14 Spieler der Eintracht, die das engere Korsett bilden und alles darunter fällt halt ein Stück weit ab. Okay, so kann es sein, aber es nervt halt trotzdem, weil gegen Union verdammte Scheiße so. Weißt du? Ja, genau. Auch wenn die Union gut ist, sonst hören wir ja immer wieder Union dazu und die haben sich schon beschwert, wir würden die leicht nehmen. Nein, wir nehmen euch nicht leicht. Aber Fakt ist halt auch, dass die Eintracht schon den Anspruch haben sollte, Union Berlin als Mannschaft trotzdem zu besiegen. Und ich ziehe ja meinen Hut davor, dass sie es halt nicht gemacht haben. Aber es ist halt so, dass die Eintracht muss halt zu Hause einfach drei Punkte gegen Union Berlin. Und das haben sie jetzt nicht gemacht, weil die anderen bissiger waren. Ja, da müssen sie ja die eigene Nase fassen. Und jetzt wird es halt auch nicht leichter, weil du hast halt andere Pokalwettbewerbe. Du hast den Europa Cup, da sind wir weitergekommen, was mega ist. Wir sind im DFB-Pokal, da stehen wir jetzt vor dem Spiel, was wir jetzt gleich wahrscheinlich auch nicht näher besprechen wollen, was auch mega ist. Aber wir müssen halt gleichzeitig auch sehen, dass wenn wir all da und so durchrocken, dass wir gleichzeitig die Liga nicht komplett verlassen und vernachlässigen. Und mit drei Punkten gegen Union war es halt ein bisschen relaxer gewesen. Können wir reden, wie wir wollen. Jetzt kommt es drauf an. Ja, dann lass uns doch mal über das Spiel reden. Morgen Abend, DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Bremen. Wir hätten ja eigentlich am Sonntag schon gegen die spielen sollen. Das Spiel ist ja dann aufgrund des verlegten Euroleague-Spiels dann abgesagt worden. Man sprach auf Werder-Seite von Wettbewerbsverzerrungen, weil es jetzt schwierig ist, Nachholtermin zu finden. Das Spiel wird wahrscheinlich erst irgendwann so um den paarundreißigsten Spieltag dann tatsächlich erst wiederholt oder nachgeholt werden, also relativ spät. Ja, und morgen Abend dann zu Hause gegen Bremen, die ja auch ihrerseits ordentlich unter Zugzwang stehen, da jetzt irgendwie sich beweisen zu müssen. Wir haben den Vorteil des Heimspiels, wie Basti schon gesagt hat, es ist Flutlichtspiel, es wird eine mehr als volle Hütte sein. Wir haben gezeigt, in solchen Spielen, dass wir da Bock drauf haben und dass wir uns da motivieren können. Aber so einfach wird Bremen uns trotz alledem das nicht machen wollen, vermute ich jetzt mal. Und by the way, Saarbrücken hat gerade im Elfmeterschießen 7 zu 6 gegen Düsseldorf gewonnen. Wahnsinn. Also Respekt und Glückwunsch. Richtig geil. Im Halbfinale, Alter. Im Halbfinale, ich habe es eben so nebenbei gesehen und die Ausführungen vom René waren eh so lang. Insofern habe ich da gedacht, kann ich auch mal auf Düsseldorf. Ja, ist ja schon gut. Ich sage ja schon nichts mehr, verdammt. Und da habe ich gedacht, wie geil das ist. Ich meine Güte, aber auch diese Elfmeter-Krimi. Unfassbar. Richtig, richtig geil. Sie haben es geschafft. Also, ich ziehe meinen Hut und da kann auch Düsseldorf nichts dafür. Also ich meine, das ist halt Elfmeterschießen. Das kennen wir selbst. Haben wir ja vor einem halben Jahr erst bitter erlebt, aber richtig geil. Ja. So, ich rede jetzt nicht mehr. Tatsächlich ist das nicht, das ist ein Regionalligist, oder nicht, oder? Ja, ja, klar. Ein Regionalligist, auf jeden Fall. Das dürfte wahrscheinlich sogar der erste Regionalligist, oder ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Am Halbfinale? Auf jeden Fall einer der Ersten. Genau, sagen wir es mal so. Einer der ganz wenigen. In dieser Zeit. Nee, aber... Sehr gut. Ach, Leute, jetzt bin ich nicht gerade unnervöser wegen morgen. Stell dir mal vor, du hast das Halbfinale in Saarbrücken. Ja, das wäre schon geil. Oder sind die dann, wie lange dauert das eigentlich noch bis den, ihr Stadion wieder fresh ist? Ja, ich glaube, das wird in dieser Saison nichts mehr. Das sind ja leider die ganze Zeit, das sind leider Völkigen die ganze Zeit, ne? Okay. Ja. Es ist echt, echt bitter, ne? Normalerweise, die rocken ja jetzt, also ich meine, überleg dir das mal, fucking Halbfinale. Natürlich verzeiht uns jetzt mal ganz kurz den Exkurs, aber ich meine, das ist jetzt schon eine riesen krasse Sache, ne? Ich meine, die sind natürlich nicht nur in der Liga relativ gut dabei, die sind es glaube ich... Aber für die ist das viel Geld auch, gell? Vorsprung, für die ist das richtig viel Schotter, weil du, überleg mal, wenn du jetzt aufsteigst, das sieht ja momentan gut aus, sechs Punkte Vorsprung, ne? Das heißt, haben die nicht letztens den Lottner entlassen, weil irgendwie lief es nicht ganz so rund? Naja, ja. Und jetzt sind sie auf Platz eins. Wenn sie jetzt weiterkommen, wenn sie jetzt aufsteigen, dann ist es natürlich richtig viel Geld, was sie jetzt einplanen können für die Drittliga-Saison, um nicht direkt wieder abzusteigen, sondern sich vielleicht sogar zu sichern. Und ganz ehrlich, wenn wir immer Wochen, Monate, Jahre lang immer wieder ein Thema hier im Fokus dieser unterschiedlichen Podcasts haben, das ist der Verlust der Traditionsvereine und dagegen bekommen wir Hopp und Hoppenheim und so weiter und so fort. Und wie geil wäre das, wenn sich jetzt ein Traditionsverein mit dem FC Saarbrücken jetzt hier wieder verbindet und eine Klasse noch höher geht und sich vielleicht sogar in der Drittliga-Festheit perspektivisch vielleicht irgendwann mal wieder in höheren Gefilden spielen könnte. Das wäre herausragend. Ich habe übrigens gerade eben nochmal nachgelesen, sie sind tatsächlich in der langen Geschichte des DFB-Pokals der erste Viertligist, der jetzt ins Halbfinale kommt. Es gab vorher zwei mit Magdeburg und Kiel, die es nur bis ins Viertelfinale geschafft haben. Und was war mit den Hertha-Amateuren damals? Die haben die ersten Liga damals gespielt. Die waren nur so... Die spielen heute noch Bundesliga. Heute noch der Amateur-Verein von damals, ja. Das war der gleiche Verein. Ich weiß nicht, was du hast. Nur die Trainer weg. Ja, keine Ahnung. Aber lass uns probieren. Lass uns probieren zu Bremen zu kommen. René hat es ja schon richtig gesagt. Ganz ehrlich, du kannst morgen kannst du alles vergessen, was vorher passiert ist. Also du kannst alle... Du kannst bei der Eintracht... Wenn wir gesagt haben, dass wir die Eintracht nicht einschätzen können, können wir auch morgen nicht. Also die Eintracht kann auch morgen wieder so spielen wie in Düsseldorf zum Beispiel oder das Haus gegen Union oder wie gegen... Ach jetzt bitte. Gegen Leipzig. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir selbst an dieser schlechten Saison, die Bremen spielt, überhaupt nichts ablesen können, wenn man sieht, wie die sich im Pokal gegen Dortmund präsentiert haben. Ja, ist richtig. Das morgen wird ein komplett freistehendes Spiel von allen äußeren Einflüssen. Also das... Puh, also ich bin echt aufgeregt. Jetzt schon. Ja, ich hasse es so, dass ich nicht dabei sein kann. Ich muss morgen leider arbeiten. Das macht mich so wütend. Oh du Scheiß, kann die Angie Merkel nicht mal an einem anderen Tag hier nach Hessen kommen? Ohne Mist. Also wirklich, wirklich bitter. Aber es ist natürlich so, dass dieses Spiel, was du sagst, gerade vollkommen richtig... Du kannst es schlecht einordnen. Ganz ehrlich, mir ist es total mulmig. Mir ist bei diesem Spiel viel mulmiger als gegen das Rückspiel, als gegen Salzburg. Nee, da habe ich gedacht, okay, komm, das läuft und das kriegen wir schon hin. Da war ich natürlich, klar, wir hatten ja 4-1 auch beim Hinspiel, aber selbst vor dem Hinspiel war ich nicht so nervös wie jetzt gegen Bremen, weil das ist komplett ausgekoppelt aus der Liga und die versprechen sich so viel. Die versprechen sich einen Schub dadurch. Die haben jetzt den Hass dadurch, dass das Spiel verlegt wurde. Muss ich auch sagen, liebe Leute, ey, regt euch mal ab. Ich habe diese Kommentare bei Twitter gelesen, wo sich alle drüber aufgeregt hat. Ich hätte mich auch drüber aufgeregt, wäre das Spiel verschoben worden, aber es ist eine höhere Gewalt. Da ist jetzt niemand hingegangen und hat kräftig gepustet. Das ist halt einfach, wenn die Wetterungsbedingungen so sind, dann kann man es nicht ändern. Und ganz ehrlich, bei euch wäre es auch so gewesen. Da hätten wir uns auch geärgert und gesagt, scheiße, aber was sollst du machen? Fakt ist, und das habe ich bei Fußball 2000 schon gesagt, das kann für die auch ein richtig großer Push sein, dass die am 33. oder zwischen dem 33, 34. Spieltag nochmal ein Zusatzspiel haben, was die gewinnen können, wenn die anderen noch komplett und vielleicht hoffnungslos da unten stehen. Also insofern, man muss immer die zwei Seiten der Medaille betrachten. Für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich bei dem Spielermittwoch im DFB-Pokal echt Bammel habe und ich hoffe, dass die Eintracht wieder ihr Pokalgesicht zeigt. Brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich glaube es aber auch, ich glaube es aber auch. Es ist ja nicht nur so, dass es für Bremen eine große Chance ist und für die Eintracht auch Leute, also hallo Halbfinale, also Pokal-Halbfinale, das wissen die Spieler, die Trainer, das wissen die auch und wir haben ja tatsächlich auch oft gemeckert, dass wir das Gefühl haben, ja die können sich nur in diesem großen Spiel motivieren und dann verlieren sie diese Alltagsspiele. Ja, morgen ist kein Alltagsspiel, also kann ich nicht. Da gehe ich tatsächlich mit dir mit, Basti, das ist nämlich ein guter Punkt, diese Problematik hätte ich eher gesehen, hätten wir jetzt kurzfristig diese Doppelspiel-Thematik gehabt mit Bremen erst in der Liga und jetzt im Pokal, glaube ich tatsächlich, dass das auch dieser Typische, den ich vorhin eigentlich schon ansprechen wollte, diesen Negativ-Trend hätte auslösen können, weil, oh, da hast du diese geile, dann doch noch die Nummer, bist weitergekommen in Salzburg, kommst dann hier, Liga, Alltag, ah Bremen, eh irgendwie kacke und dann verlierst du da und dann hätte ich noch mehr Angst gehabt vor dem Pokalspiel, weil das dann sich noch mal aus den Köpfen raus, ah, dann doch, auch wenn es der gleiche Gegner ist, dann sagt manche behaupten ja dann, die hast doch richtig Motivation, dann dagegen zu halten. Ich habe das Gefühl, dass hier eher so ein bisschen, ah, das ist alles dann, alles ein bisschen schwierig, da ist keine, manchmal auch keine Trotzreaktion zu sehen, sondern eher so dieses Auf und Ab mit den Fans, wie leben die? und ich glaube schon, dass wir alle motiviert sind morgen und Basti, da bin ich voll auch bei dir und auch Marvin und René, ihr seid da sicherlich genau der gleichen Meinung, morgen Abend wird die Hütte wieder richtig geil voll sein, die Leute haben richtig Bock, die Leute werden anpeitscht, die Leute haben, ja, einfach diese Emotionen werden wieder mit ins Spiel gebracht und ich glaube, dass das auch was ist, wo die Eintracht auch morgen wieder von zehren kann und hoffentlich auch relativ früh schon ins Spiel kommt und nicht dieser Mist, dass du wie in Salzburg da erst zehn Minuten überhaupt nicht ins Spiel kommst, sondern auch noch ein, war natürlich ein tolles Tor, aber dann im Endeffekt so ein blödes Gegentor bekommst. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich auch ein frühes Tor machen, wird es glaube ich für Bremen auch extrem schwer, bei uns was zu holen. Dementsprechend wunderbar, einfach von erster Minute an richtig unterstützen und die Eintracht richtig anheizt und dann die Mannschaft bringt dann schon ihr Soll. Hallo, seid ihr noch da, oder? Ja, ich dachte, ich lasse euch mal reden, sonst beschwerst du dich wieder. Was denkt ihr aber denn, ganz kurz, weil wir sagen natürlich, es ist ein völlig anderes Spiel, das Personal, Marvin, du hast vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, ist ja doch in dieser Saison etwas begrenzt vom Kader Stärke her, mit einem guten Niveau, sagen wir es jetzt mal mit einem hervorragenden ersten Elf Niveau. 13, 14 Spiele hast du vorhin mal so einen Satz abgegeben. Wie siehst du das denn? Werden wir hier große Änderungen sehen im Kader oder bleiben wir tatsächlich eigentlich bei der ähnlichen Aufstellung, ähnliche Motivation wie am Donnerstag, beziehungsweise Freitag, sorry. Ich bin ganz ehrlich, ich würde komplett durchgehen. Ich würde genau die Mannschaft aufstellen. Ich würde auch die Team, ganz klar. Also Maximal Gazzini würde schon mit Kamala tauschen, keine Ahnung. Und das ist ja noch so ein bisschen fraglich. Danke, aber es geht um dieses 4-3-3, viel wichtiger ist dieses 4-3-3-3, zu sagen. Dieses Offensive 4-3-3, das ist... Kostic, Silva und Kacinovic und dann hast du Rode und Sow im Mittelfeld. Ja, diese Mannschaft, die auch Leipzig aus dem Pokal geballert hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns irgendwie zum Vorteil gereichen kann. Wenn wir jetzt irgendwie rotieren, wir kommen in Teufelsküche, du musst dich eher anders aufstellen. Rotier von mir aus den Leverkusen, da kriegen wir eher den Sack. Sehr gut. Genau, das ist es nämlich. Weil in Leverkusen wird die ganze Kiste wieder komplett anders. Die sind momentan im Lauf, die sind gut drauf. Da müssen wir uns wieder ganz anders strukturieren. Aber mit dieser Mannschaft, die auch gegen Salzburg gespielt hat, da müssen wir dieses Spiel, dieses Heimspiel bestreiten, noch offensiv anders uns aufstellen. Das ist für mich ganz wichtig. Gehe ich mit. Aber die einzige Position, wo es ja hieß, da könnte eventuell mit Dassa Sebe wieder zurück ins Team rückt. Aber ihr sagt, auch Ilshanker hat euch eigentlich gefallen. Der steht für euch eigentlich fest. Ja, ich habe ja gesagt, was für mich die wichtigen Positionen sind. Tatsächlich, dass vorne eine Dreierkette ist mit links Kostic und der Mitte Silber. Ob dann rechts Kamado oder Katschinovic ist und im Mittelfeld, wo Rot und Zaw auf den Achterpositionen ist, da ist es mir egal, ob es Ilshanker oder Hasebe ist. Also mir geht es eher um dieses Rot und Zaw müssen dabei sein und Kostic und Silber müssen dabei sein. Und es darf kein Durm und Kor dabei sein. Das ist das Einzige, was ich hier fordere. Also da würde ich jetzt mal irgendwie ganz groß erwarten, dass der Trainer daraus gelernt hat und die Nummer zumindest in einem Pokalspiel nicht macht. Sehr gut, ja. Ja, da hoffen wir mal draus, ja. Ja. Hoffen wir, dass es so läuft. Weil wichtig wäre es, wie gesagt, du kannst die ganzen anderen Leute nochmal anders einstellen und aufstellen gegen Leverkusen. Da müssen wir auch anders auftreten. Ja, ich meine, ich habe immer noch die Vorjahresklatsche ein bisschen im Nacken. Ja, das hat mich schon belastet. Andererseits, und das ist genau diese Varianz, die die Frankfurter Eintracht diese Saison abbildet, unser stärkstes Hinspiel haben wir wahrscheinlich oder in der Hinserie haben wir gegen Leverkusen nach Hause gemacht. Und das ist genau das Ding. Die Eintracht zeigt halt momentan ihre zwei Gesichter. Natürlich ist das auch so, dass Leute wie Silber jetzt gerade natürlich auch angekommen sind, könnte man meinen, dass sie genau diese Eingewinnungszeit, die man ihnen auch zugestehen muss, jetzt langsam auch zurückzahlen. Du siehst, dass Kamada immer wieder positive Akzente setzen kann. Vielleicht ist es so, aber es bleibt noch diese Inkonstanz und da müssen wir irgendwie sehen, dass Mittel und Wege gefunden werden, auch gegen Leverkusen zu bestehen, denn wir können wahrscheinlich schon sagen, dass das Rückspiel doch ein bisschen anders wird als das Hinspiel. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Ja, ist richtig. Keine Angst, das entbindet dich nicht davor, Überleitungen zu bauen. Alles gut. Was ist denn dann euer Ergebnistipp, nachdem wir die Aufstellung ja jetzt schon haben? Ich sage, 4-2 für uns nach Verlängerung und das 3-2 fällt durch einen sehr dubiosen Treffer. Nach neuer oder nach alter Handspielregel? Neue gilt ja glaube ich erst ab nächster Saison. Mir ist das völlig egal, weil ich will nur, dass Werner Kovac am Mikrofon steht und sich aufregt. Ja, ich sage mal, ich habe Bock auf ein lockeres 3-1. Okay. Dennis? Ich glaube tatsächlich ein 3-2, aber in der regulären Zeit. Viele Tore alle. Und was sagst du, René? Ich wäre auch für das 3-1, jetzt aber auch in der regulären Zeit. Also ich glaube schon, dass gegen Bremen, da wird einiges an Toren fallen. Ja, ne? Ja. Und ohne Gegentor kommen wir in letzter Zeit auch nicht weg. Oh ey, das regt mich so oft auf. Ich habe das, auch beim Hinspiel gegen Salzburg habe ich mir gedacht, ach Gott, warum fangen wir denn? Ja, ich weiß nicht, ein Elfmetertor. Aber ganz ehrlich, das ist so ärgerlich, das regt natürlich auch Trapp komplett auf. Da ist dann auch wütend und denkt sich mal einmal, hier mal ein bisschen öfter mal ohne Gegentor. Es ist richtig bitter, aber wie du sagst, wahrscheinlich kommen wir ohne Gegentor auch nicht raus. Ja. Die spannende Frage ist ja eher, wie viele gelbe und rote Karten gibt es? Da gibt es ja auf beiden Seiten immer mal so Kandidaten, die da gerne unterwegs sein können. Das könnte auch noch so ein Ding sein. Dass man sich gegenseitig so ein bisschen provoziert und da vielleicht auch früh der ein oder andere angezählt ist mit Gelb oder sogar, ich sehe da Kandidaten auf Bremer Seite, die frühzeitig zum Duschen gehen könnten. Ich gucke zu Ihnen, Herr Glasen. Genau. Ja, gut. Es sind tatsächlich einige. Es hat sich auch wieder der eine oder andere fit gemeldet, der zuletzt ein bisschen, der zuletzt nicht ganz fit war. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt. Aber ich hätte das jetzt gar nicht so im Fokus gehabt, das muss man überlegen. Es wird schon eine ruppige Partie, die vielleicht auch so ein bisschen angestachelt sind jetzt durch diese ganze Thematik mit irgendwie hier abgesacktem Ligaspielen oder vielleicht ein bisschen übermotiviert in die ein oder andere Situation reingehen. Ja, das kann schon sein. Andererseits, ich weiß halt nicht, Basti hat es ja vorhin schon gesagt, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie doch noch ein bisschen im Kopf ist, dass du irgendwie auch ein bisschen aufpassen musst, weil die Liga ist halt auch noch so wichtig. Ich weiß es nicht. Aber kann schon sein, dass sie da alles geben und gerade so ein Kevin Vogt, der ist immer für eine Karte gut. Der ist immer für eine Karte gut, das ist richtig. Sind wir denn irgendwie belastet aus dem, oder wurden die Karten gelöscht, wie ist das denn hier eigentlich? Wurden die Karten gelöscht aus den letzten Runden oder ist da jemand jetzt für? Auf jeden Fall gibt es keine Sperre. Nee, Sperre haben wir aktuell keine. Ich meine, die nächste wäre jetzt tatsächlich nach dem Viertelfinale. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wichtig ist, dass wir sperrenfrei sind. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Und Verletzte sind ja auch soweit wieder da. Gacinovic ist ja noch so ein bisschen Fragezeichen auf unserer Seite dran. Das ist ja wohl nach der Pressekonferenz von heute auch abhängig davon, ob er morgen dann im abschließenden Training da nochmal mit, ob er da durchhält. Eine kurze Frage. Ich will es eigentlich gar nicht ansprechen. Dann lass es. Okay. Okay. Nee, schieß los. Komm, raus jetzt. Dost. Ganz kurz nur. Nee, also nein. Diese Saison nicht mehr. Ich verweise es an Marvin. Der Marvin hat da hellsische Fähigkeiten bewiesen. Deswegen, wenn du dich vertraust, Fladien. Marvin. Thema Dost. Gut. Ich glaube, der wird halt diese Saison echt, der wird ja zumindest keine 5-Tour mehr machen. Da kannst du von ausgehen. Wenn er nicht irgendwie ... Warum gehen wir alle aus? Fangen wir gleich kleiner an. Wird er diese Saison nochmal länger als 5 Minuten spielen? Ey, im Zweifelspiel ist er dann der wichtige Joker, der uns am 32. Spieltag den Klassenerhalt sichert oder so, ja. Aber viel früher, ich habe echt kein Problem. Ein Pokalfinale hilft uns vielleicht, ja. Oder ein Pokalfinale, ja, vielleicht ist er dann eine Option im Pokalfinale so ein bisschen der Joker. Ey, und dann kann er wieder wichtig sein. Also es kann ja alles möglich sein, aber es ist halt leider so, dass das jemand ist, der uns so, so bitter und auch fehlt, weil natürlich hat man viel ganz anders mit ihm geplant und das wird so nicht passieren. Aber offiziell hat er jetzt wieder Adduktorenprobleme oder was? Also das ist ja ... Ich glaube, ehrlich gesagt, die wissen selber nicht, was hat. Also ich glaube, es hat wirklich ... Ja, macht irgendwie so ein bisschen den Eindruck. Wurde auch kommuniziert und ich meine, ganz ehrlich, ohne jetzt hier zu, weiß ich nicht, medizinmannmäßig zu klingen, Körper und Seele sind ja auch teilweise eher verbunden, als wir denken so. Also ich glaube tatsächlich, dass man weiß, glaube ich, gar nicht mehr ganz genau. Also dann kommt Magen dazu, wer weiter ist, dann ist er vielleicht nicht so gut drauf, dann zwickt es mal hier. Das kennt der ja von sich selber. Ich meine, es ist ja nicht umsonst erwiesen, dass wenn du Stress hast, dass du Rückenschmerzen kriegst. Also ich glaube tatsächlich, dass bei dem irgendwie mal komplett gecheckt werden muss, was abgeht. Und dass der aber dann diese fünf Tore, wie Marvin sagt, macht er auf keinen Fall mehr, aber es kann trotzdem sein, dass der noch ab und zu mal spielt, was ich gar nicht so schlecht finden würde, weil er trotzdem was anderes bringt und was Silva halt nicht so hat, so diese absolute hohe Präsenz im Strafraum zum Beispiel oder dieses, ja, bisschen mehr One-Touch-mäßige. Ich glaube auch, genau das ist es, weil die Qualitäten, die er im rein theoretischen hat, die sind ja unbestritten und das ist auch ein guter Typ. Ich finde ihn auch ganz sympathisch und ich glaube, der würde auch gerne, aber es geht halt gerade nicht. Das ist genau das, was er sagt. Im Zweifel drücke ich ihm einfach die Daumen, dass er bald wieder auf die Beine kommt und genau das macht, was er am liebsten macht und ich glaube, das ist halt auch einfach Fußballspielen. Den nervt es gerade genauso, wie uns alle, aber es ist halt momentan einfach nicht so, dass wir, glaube ich, eine Chance haben, dass wir ihn jetzt so bald wieder sehen und das ist halt traurig. Ja, gleichfalls, ja. Okay, gut. Ist auch eine kleine Aufforderung am Patienz, ja endlich sich mal wieder ein bisschen mehr reinzuknallen. Ja, das ist korrekt. Ja, dann lasst uns doch noch mal ein bisschen weiter nach vorne gucken. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt über Leverkusen schon sprechen? Wir spielen Samstag 15.30 auswärts bei denen. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen sehr Glaskugel gucken. Es ist wie immer, wenn wir eine Sendung Dienstag aufnehmen und dazwischen noch ein Spiel ist, finde ich ganz, ganz schwierig zu sagen. Auch Leverkusen spielt ja auch noch. Also, das ist korrekt. Die sind ja auch morgen noch dran, ne? Ja. Wir warten einfach ab. Ich glaube, wir können ehrlich gesagt realistisch jetzt nicht mehr großartig viel dazu sagen. Uns ist klar, und das können wir faktisch festhalten, dass gegen Leverkusen mit aller Wahrscheinlichkeit eine andere Mannschaft auf dem Platz steht als morgen. Und ich glaube, das ist alles. Und da müssen wir auch, wir haben eine andere Zielsetzung. In Leverkusen ist es wichtig, Kompaktheit an den Tag hochzulassen. Und diese Kompaktheit insofern halt auch dadurch, dass du erstmal geordnet spielst, vielleicht nicht so überfallartig wie gegen Bremen, musst du anders, musst du das anders machen. Weil da bist du eher am Zug. Du kannst halt sehen, dass du gegen Leverkusen den einen oder anderen Kontergut zu Ende spielst. Und da sehe ich Leute wie Silva auch vorne, genauso auch Kostic, der wieder seine Schnelligkeit anbringen kann. Das ist halt was anderes. Wir müssen es abwarten. Mehr geht nicht. Genau. Dann empfehlen wir an dieser Stelle schon mal präventiv die Folge Fußball 2000, die wurde mir vorhin zugesichert, nach dem Pokalspiel morgen aufgenommen wird. Da werdet ihr vielleicht auch mal noch ein bisschen in die Richtung gucken. Oder zumindest mal haben wir dann mehr Klarheit nach dem Pokalspiel. Dann kann sich da jeder noch so ein bisschen selbst seine Gedanken machen. Dann lasst uns mal noch über was anderes reden, was heute auch noch veröffentlicht wurde. Es wurde nämlich bekannt gegeben, was die neuen Anstoßzeiten ab der Saison 2021, 2022 sein werden, weil ja jetzt auch gerade die Übertragungsrechte vergeben werden. Und damit ja dann auch die Frage ist, wann laufen denn diese Spiele oder wann werden diese Spiele angepfiffen? Und da steht drin, dass es im nächsten Jahr zehn Bundesligaspiele am Sonntag geben wird. Das sind ja diese Ausgleichsspiele für die Spiele unter der Woche in der Euroleague, wo ja in dieser Saison fünf Spiele am Sonntag 13.30 und fünf Spiele am Montag waren, wo wir auch gegen Union noch mal klar und deutlich als Eintracht-Fans unser Statement dazu abgegeben haben. Und wir kommen da jetzt irgendwie so ein bisschen gefühlt vom Regen in die Traufe, weil es gibt dann jetzt zehn Spiele am Sonntag um 19.30 Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Es ist genau das und ehrlich gesagt diese Kurzfristigkeit von sehr, sehr vielen Fans, die halt gesagt haben, warum wird denn demonstriert? Sind die alle blöd? Haben die nicht die Nachrichten gecheckt? Die eigentlich auch in den Kommentarspalten, weil ihr wisst ja, ich bin ja hauptberuflich viel mit Social Media unterwegs und so weiter. Mein herzliches Weile an dieser Stelle dafür. Ja, das hat manchmal seine positiven Seiten, manchmal aber leider auch gar nicht. Und da ist es halt schon so, dass du sagen musst, Leute, es ist halt zu kurz gedacht, genau darum ging es. Es ging nicht nur darum, dass jetzt dieses eine Montagsspiel jetzt irgendwie ein Problem ist, sondern es geht um die Strukturänderung innerhalb des deutschen Fußballs. Ja, und die ist ja schon, wird ja jetzt sehr deutlich, ich lese es noch einmal komplett vor, weil es wie die Änderungen sind. Also wir haben am Freitag weiterhin das Spiel um 20.30 Uhr. Wir haben am Samstag mehrere Partien um 15.30 Uhr. Wir haben weiterhin auch das Bundesliga-Topspiel um 18.30 Uhr. Dann haben wir am Sonntag die Anschlusszeit 18 Uhr, die auf 17.30 Uhr vorverlegt wird. Und dann haben wir eben die besagten 10 Spiele sonntags um 19.30 Uhr, Montagsspiele entfallen. Und dann gibt es das Gleiche auch noch mal in ähnlicher Konstellation für die zweite Liga. Dahingehend, dass das Montagsspiel, also bleibt alles wie bisher, nur das Montagsspiel wird auch da abgesagt und findet dann am Samstag 20.30 Uhr statt. Da kann ich auch sagen, okay, Samstag 20.30 Uhr, für die Leute, die vielleicht Samstag oder Sonntag arbeiten müssen, doof. Aber das ist ja noch irgendwie ein Ding, da kannst du ja echt noch mit leben. Aber Sonntag 19.30 Uhr, gerade als Verein wie Frankfurt, der ja auch einfach Fans in einem relativ großen Einzugsgebiet hat, wir haben mal in der Vorrunde, als wir noch auf Dennis warten mussten, noch mal so ein bisschen durchgerechnet. Wie motzig du bist. Du kommst halt dann da irgendwie 22.00 Uhr, 22.00 Uhr, 3.00 Uhr ist ich irgendwie da aus dem Stadion nachher irgendwie raus. Ja, wenn du gut rauskommst, wenn du Pech hast, ist es auch erst 23.00 Uhr, dann hast du vielleicht so eine mittlere Anreise, Abreisezeit von irgendwie zwei Stunden. Das heißt, du bist irgendwie um eins, zwei nachts zu Hause, wenn du Pech hast und musst irgendwie von Bremen noch zurückfahren, dann gute Nacht, Marie. Ja, der Montag ist halt eigentlich trotzdem rum. Den kannst du nicht realistisch, wenn du nicht gerade irgendwie Spätschicht arbeitest, kriegst du den nicht hin. Ja, das ist genau der Punkt. Marvin hat es ja schon gesagt. Ich habe ja sogar gar keinen Bock, ich habe auch keine Kraft mehr, mich großartig aufzurücken. Aber wenn ich mir überlege, was den Shitstorm viele Leute gekriegt haben, unter anderem auch Teile von uns, weil man tatsächlich nicht mal zu Protesten aufgerufen hat, sondern nur gesagt hat, dass man es versteht. Ja, ja gut. Aber das ist ja so generell so eine Diskussionskultur, dass man ja immer noch irgendwie von sich selbst immer mehr ausgeht und überhaupt nicht mehr wahrnimmt, was auf der anderen Seite ist. Das ist ein anderes Thema. Man kann ja zumindest auch probieren zu verstehen. Aber dieses, ich meine, nicht nur die Kommentare, auch die Medienberichte mit hier Idiotenprotest, weil die Montagsspiele sind ja schon längst abgesagt. Das ist genau diese Kurzfristigkeit, die dann zu einer aufgeheizten Stimmung führt. Wenn ich mir überlege, was für Diskussionen, das macht mich jetzt doch wieder wütend. Was für Diskussionen um diesen Montagsprotest waren, was für eine aufgeheizte Stimmung das war, wo wir immer noch eine Spaltung der Fanszene befürchten müssen. Und jetzt zeigt das quasi so, ja, dann spielen wir halt nicht montags und sonntags um 13.30, sondern sonntags um 19.30. Das ist auch nicht viel besser. Darum geht es. Es geht nicht um diesen Montag. Es geht darum zu sagen, ganz ehrlich, denen ist es scheißegal, ob die Leute auswärts fahren können. Und das sind zehn fucking Spiele. Das ist einfach nervig und da finde ich, kann man gegen protestieren und das war ein sehr friedlicher Protest. Deswegen für mich auch im Nachhinein bleibe ich dabei, der Protest absolut gerechtfertigt. Leider an der Stelle wirkungslos. Aber, ja gut, man frisst es halt, weil im Endeffekt, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, soll ich jetzt von meinem Balkon springen oder was? Keine Ahnung. Ist halt so. Das wäre ja auch überhaupt kein Problem gewesen, noch ein zweites Spiel um 15.30 oder 17.30 zu machen, was ja auch schon scheiß Zeiten sind, um auswärts groß wegzufahren, gerade auch die Abendzeit. Aber 19.30, das bringt ja überhaupt nicht mehr Erholung. Es soll ja, ihr sagt es ja gerade oder René, du hast in der Einleitung gesagt, es soll als Erholungszeit für die Mannschaften sein, die da irgendwie am Donnerstag noch gespielt haben. Das ist doch scheiß. Und da ist halt aus meiner Sicht halt auch wirklich keinerlei Unterschied drin, ob du jetzt wirklich sonntags um 17.30 Abschluss hast oder um 19.30. sich die zwei Stunden mehr, die du dann da jetzt an Erholung hast, davon wirst du jetzt auch nicht irgendwie wieder retaltet. Also das macht keinen Unterschied. Es ist halt wirklich, es ist aus meiner Sicht ein absoluter Vorwand. Es geht einzig und allein darum, mehr Einzelspiele zu haben, um die Kohle, die sie einfach brauchen, um hier ihre Schmusi-Busi-Reisen und sonstige Dinge irgendwie zu finanzieren. Die kriegen den Hals nicht voll. Das ist das einzige Thema. Ich bin grundsätzlich da vollkommen bei dir, René. Das ist wirklich, ich finde es frustrierend tatsächlich und ich glaube auch, das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, weil natürlich können wir sagen, es ist halt die Perspektive, die du halt einnimmst. Du kannst natürlich sagen, ach wie schön, das ist doch super. Dann kann ich einmal am Nachmittag schön sonntags noch Bundesliga gucken und einmal um 19.30. Das ist doch klasse. Ja, das ist richtig für die Leute, die es konsumieren wollen. Als Rezipient vom Fernsehen kann ich das nachvollziehen. aber es ist halt nicht geil für die Leute und das ist immer noch ein ganz wesentlicher Teil der Fankultur, die halt um 19.30 dann dort stehen, die Stimmung machen, warum die Leute dann überhaupt zuschauen, warum sie es überhaupt anmachen. Und zwar ist es ja nicht oft so, dass die Leute richtig Bock haben auf wunderbaren Fußball von der Frankfurter Eintracht gegen Werder Bremen um 19.30. Das ist ja nicht das, was die Leute dann antreibt, sondern die wollen ein spannendes Spiel sehen, klar, aber die wollen auch, dass da Stimmung ist. Aber die Stimmung kann ja nicht garantiert werden, wenn ich um 19.30 Sonntags eine Anstoßzeit habe. Das heißt für mich tatsächlich, wenn ich aus Bremen zurückfahre, ist der Montag für mich komplett tschau. Das heißt, wie mache ich das? Du darfst auch nicht nachvernachlässigen. Man muss sich immer so ein bisschen auch versuchen reinzufühlen. Die meisten Auswärtsfahrer sind jetzt nicht diejenigen, die nachmittags schön ein Baguette sich reinhauen und abends und morgens bis abends in den großen Tauern in der Bank sitzen und unfassbar viel Geld scheffeln. Das ist nicht der Fall in Frankfurt. Das ist Teil dieses Kontrastes, den es aktuell gibt. Und das heißt, diejenigen viele, nicht alle wahrscheinlich, gibt es auch da Unterschiede, aber viele der Leute, die alles Fahrer sind, die müssen eh sehen, dass sie ihr Geld einigermaßen irgendwo herbekommen und müssen dann sehen, wo sie arbeiten, damit sie die Fahrten auch wie Europa jetzt wieder machen können. Und Leute, kommt mir auch nicht mit dem Argument, ja, aber jetzt unter der Woche, da fahrt ihr doch jetzt gerne mal nach Europa. Das ist ganz anders. Das sind zwei, das habe ich jetzt total oft wieder gelesen, das sind zwei komplett konträre Sachen, weil das ist ein Happening, gerade für Eintracht-Fans und für, das ist für Leute, die nicht regelmäßig genau das haben, dass wir jetzt zum zweiten Jahr hintereinander jetzt europäisch sind, ist unfassbar für uns, unvorstellbar. Und das feiern wir, das geht aber für jedem aufs Geld. Aber das machen wir, weil das halt was Einmaliges ist, wo du in der Regel wahrscheinlich in 30 Jahren noch deinen Kindern erzählen kannst und sagst, ah ja, dann ist der Opa hier, dann ist der Opa hier wirklich mal zwei Jahre kontinuierlich alles gefahren, hat er die Welt gesehen, war super, deswegen gibt es die EU. So, theoretisch könnte man das mal alles anführen, aber dieses, ja, aber sonst unter der Woche seid ihr auch gern unterwegs. Also das ist Bullshit. Ja, das ist doch wirklich so. Es ist aber tatsächlich... Am Montag Urlaub nehmen, damit ich mir Wolfsburg angucken kann, so ungefähr, ja. Das ist dann der Event. Nein, das geht ja auch um, tatsächlich, nur noch den Punkt nochmal aufzugreifen, es müssen halt auch viele Leute entweder deutlich verkürzt die Arbeitszeit versuchen zu legen oder Urlaub nehmen. Und ja, da ist natürlich was, und Marvin, du hast es richtig gesagt, das ist ein Event, da ist mir gerne bereit zu sagen, komm, ich nehme jetzt mal einen Urlaubstag am Freitag oder auch schon am Donnerstag, reise da morgens an und wenn alles geil läuft und es ein richtig geiler Ort ist und eine geile Fahrt, dann fahre ich am Mittwoch schon und mache einen kleinen Kurzurlaub draus. Das kann ich aber doch nicht sagen, wenn ich sonst am Montag irgendwie abends um 20.30 Uhr spiele und muss dann irgendwie, bin in Wolfsburg und dann sehe ich die Zugverbindung, scheiße, ich komme gar nicht mehr raus, mit dem Auto klappt es auch, Mist, klappt nicht. Dann müsste ich mir am Dienstag dann Urlaub nehmen, um mir ein Spiel in Wolfsburg anzugucken. Dann greift sich doch jeder an den Kopf. Wolfsburg ist vielleicht jetzt kein ideales Beispiel, was von der Entfernung her noch irgendwie geht, aber es ist trotzdem, der Punkt ist doch, dafür ist es einfach, glaube ich, niemandem wert, einen Urlaubstag oder sonst irgendwas zu nehmen und wenn du das andere damit, das ist ein Vergleich, wirklich Bier und Äpfel, Wahnsinn, geil eigentlich, dass die Leute da so naiv sind. Es fuckt mich aber tatsächlich auch extrem ab, weil wir tatsächlich als Eintracht, die dann diese geile Fahrten donnerstags haben, wahrscheinlich wieder zu 90 Prozent diesen dämlichen Sonntagtermin reingeknallt bekommen und 1930 haben wir ja gesehen, wir waren ja jetzt auch... Da gehst du ja aber davon aus, dass wir uns noch mal für Europa-Kolle... Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen sehr positiv gedacht. Aber Pokalfinale? Also Leute... Außerdem ist es ja auch erst ab der Saison 2021, 2022... das ist doch genau der Punkt, denn es spricht es doch an. Es gibt so viele Sachen, die uns in unserem Fanalltag sowieso schon nervös machen. Die Eintracht spielt gegen Basel in fucking Europa-Liga-Achtelfinale. Wir spielen Viertelfinale im DFB-Pokal. Wir müssen gucken, was in der Liga abgeht. Wir spielen gegen Kohfeldt. Bla, die Sachen, mit denen will ich mich beschäftigen. Und nicht, ob Leute rumschreien, scheiß Montagsproteste, scheiß Ultras, Dietmar Hopp. Jetzt fangen Leute ab, fangen jetzt an, Dietmar Hopp und Robert Enken in einen Topf zu schmeißen. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Ganz ehrlich, es muss jetzt irgendwie wieder Normalität einkehren. Und das muss damit anfangen, dass die Eintracht morgen ins Halbfinale kommen. Punkt, Alter. So, Kohfeldt-Revenge Nummer 1. Ja, also es wird alles irgendwie nicht einfacher. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit diesen Rechte-Vergaben weitergeht und wo das dann am Ende dann auch landet. Das sind jetzt erstmal die Anstoßzeiten. Das ist aber alles fix schon, ne? Das ist jetzt fix durch, oder? Die Anstoßzeiten sind fix, genauso wie diese vier Pakete, die es da jetzt irgendwie für diese Übertragungsrechte gibt, wo irgendwie dann, so wie ich das verstanden habe, in der Ende April, ich hatte ja hier gerade irgendwo, ab dem 27. April wird quasi dann täglich darauf auf eins dieser Pakete geboten werden. Da muss ein geheimer Mindestpreis erreicht werden, den natürlich keiner kennt, sonst wäre er nicht geheim. Und dann entscheidet die DFL auf ihrer Sitzung am Anfang Mai, falls eben die Preise nicht, oder dieser Mindestpreis nicht erreicht wird, was dann passiert, dann kann man irgendwie auf Basis von Inhalt und Struktur und hast du nicht gesehen, entschieden. Was ich halt auch wieder bedenklich... Richterlich dubios alles. Ja, was ich halt auch bedenklich finde, ist jetzt diese Aussagen, die jetzt im Vorfeld irgendwie schon wieder lanciert werden, von wegen Rückkürzung nur einem Anbieter möglich. Naja, das ist in so einem Prozess immer möglich, aber weswegen wird es dann jetzt extra erwähnt? Wird da jetzt im Vorfeld schon irgendwie gemauschelt oder was ist da? Also dieses ganze Ding ist wieder irgendwie sehr merkwürdig. Ich bin gerade froh, dass ich diese Sky-Kündigung durch habe und am Ende wird es wahrscheinlich wieder drauf hinauslaufen, dass es dann wieder irgendwie nur bei denen landet und keine Ahnung, es ist alles irgendwie sehr eklig. Es macht keinen Spaß mit dem Verein. Mal den Teufel mal nicht an die Wand drin, ey. Entschuldigung. Entschuldigung. Guck mal, guck mal mal. Ja. Also es wird auf jeden Fall nicht besser für die Fans und es wird auch nicht an den Fans in erster Linie gedacht, sondern nur wie groß der Geldhaufen ist, den man mit dem Ding irgendwie einnehmen kann und das ist die Motive. Und dann gibt es auch die Diskussion. Ich werde mich jetzt auch zur Diskussion raushalten. Ich kann ja nichts machen. Ich sehe auch schon wieder, wie Marvin es auch schon gesagt hat, und dann kommen, man weiß ja auch jetzt schon, wie das für Argumente dann kommen. Ja, wenn ihr dann die Bundesliga-Stars haben wollt, dann muss es halt so sein. Ja, ja. Die Bundesliga-Stars. Was für Stars hat die Bundesliga denn? Kimmich oder was? Ja, wen denn, Alter? Demi Klaassen. Oder den Thomas Müller, der sich nur dann äußert. Hier. Deswegen müssen wir Montag spielen, damit den Thomas Müller in der Bundesliga gehalten werden kann. Ja, vielen Dank, Alter. Da spiele ich lieber am Freitagnacht, Alter. Oh, du Scheiß. Da spiele ich nur Freitagnacht, Sonntagmorgen oder sonst irgendwas. Da habe ich für dich jetzt kein Thomas Müller. Also, das ist wirklich kein Argument. Das ist Wahnsinn, tatsächlich. Clowns-Argumente, ey. Mann, 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 ey. Das ist richtig bitter. Naja, lass uns nicht über Thomas Müller sprechen, dann gleich bekomme ich wieder einen Kamm. So, lass uns irgendwie Sonnenkrieg. Das ist ja eigentlich nichts mehr zu besprechen, oder? Nee. Wir können noch einen kurzen Ausblick auf die Saison vor 20 Jahren machen und dann können wir mal noch gucken, was wir an Empfehlungen haben und ich glaube, dann brauchen wir auch alle ein bisschen ein Päuschen bis morgen. Bis morgen, toll. Bis morgen. Ja, das ist wie so ein Anschlusszeit Sonntags, 19.30 Uhr. Ja, recht. Du wirst ja wohl gefälligst bis morgen erholt haben. Mein Gott. Stell dich nicht so an. So, ich fange auch an. Ja, dann jetzt lass uns mal gucken auf die Saison 99-2000. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Heitracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus. So, und wir reden dort dann jetzt über den 24. Spieltag. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, am 23. Spieltag hat die Eintracht an einem Sonntag, damals noch zu erträglichen Anschlusszeiten an einem Sonntag oder erträglicheren Anschlusszeiten an einem Sonntag, 1 zu 1 gegen den BVB gespielt und durfte dann am Folgespieltag, nämlich dem 24. ran gegen den VfB Stuttgart an einem Freitag und der Bericht beim Kicker steht unter der Überschrift Gephard Stahl Balakow die Show. Wir haben nämlich am Ende 2 zu 0 in Stuttgart gewonnen nach Toren von Young und eben besagtem Gephard erst in der 60. und dann in der 80. Minute und konnten uns damit so ein bisschen mehr an einen potenziellen Nicht-Abstiegsplatz nach vorne schieben. Die komplette Aufstellung der Eintracht an diesem Spieltag war im Tor Heinen, davor Kracht Hubschew Kutschera, davor Raziewski Schur, auf den Außenbahnen Gephard und Sobocik und offensiv in der Mitte Held Gommier und ganz vorne in der Spitze Salou, der aber in der 52. ausgewechselt wurde, dafür kam dann eben Young unter unserem Rhein, der dann das erste Tor in diesem Spiel erzählt hat. Ganz ehrlich, was für eine Truppe, alle. Ja. Immer wieder faszinierend. Kannst du mal die Aufstellung von Stuttgart auch vorstellen? Ja, sehr gerne. Im Tor Wohlfahrt in der Abwehr Thiam, Berthold, Bourdon und Schneider. Im Mittelfeld Pinto, Soldo, Gerber, Licht und Balakov und ganz vorne Ganea und wer weiß noch auswendig, wer der Trainer des VfB Stuttgart damals war? Schäfer? Rangnick. Das ist Rangnick. Krass, okay, wow. Krass. Biorel Ganea ist natürlich auch so eine unerfüllte Hoffnung gewesen, glaube ich, für jeden Stuttgart-Feld. Er war, glaube ich, gar nicht so günstig. Ja, krass. Und Warnnick ist hier nicht der Co-Trainer von der Nationalmannschaft hat da jetzt in der Abwehr gespielt, oder? Schneider? Ja, genau. Der hat in der Abwehr gespielt, genau. Guck an, immer wieder interessant. Ja, Wohlfahrt, ne? Franz Wohlfahrt ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Franz Wohlfahrt war auch ein lustiger Typ, ja. Er war damals schon ein Klotz gewesen, mittlerweile auch zum Rollen tatsächlich. Bei ihm weiß ich wieder, warum die österreichischen Nachspeisen einfach so lecker sind. Ja, wirklich kurioser Typ. Kampfgewicht, ja. Aber eigentlich sah auch wirklich tatsächlich nicht aus wie ein Torwart. Nee, nicht richtig. Aber da hat du, glaube ich, so ein bisschen Respekt als Gegenspieler, wenn du da auf hinzu bist. Also der rennt wahrscheinlich auch einfach über dich drüber und der merkt da nicht mal was von. Er hätte tatsächlich auch so ein bisschen so laufen können, wie als, also wäre Wohlfahrt, glaube ich, in den USA groß geworden, wäre irgendwie so bei UFC Number One dabei gewesen, wie so ein Barfighter, weißt du, wo er einfach irgendwelchen Leuten aufs Maul haut. Das hätte ich mir bei ihm auch ganz gut vorgestellt. Aber so liebevoll aufs Maul haut. Also vielleicht schon, er hat ja einen süßen Blick, also nicht bösartig, aber kommt halt mal eins aufs Maul. Also René, besondere Vorkommnisse bei dem Spieltag war ja, Heinen hält einen Foul-Elfmeter von Ballerkopf in der zweiten Minute. Das ist auch ein interessanter Fakt. Auch geil, ne? Ich meine, mit Heinen haben wir da ja jetzt auch einen soliden Teuter gehabt. Ich glaube, kam Heinen nicht irgendwie von seiner Schafzücht-Fellanlage oder beziehungsweise von seiner Schaffarm aus Irland oder so. Ich glaube, der ist doch extra für uns reaktiviert worden, oder? Gott. Ja, ja, ich glaube, Dirk Heinen kam extra damals wieder zurück. Der war eigentlich schon raus aus dem ganzen Game und wurde, glaube ich, von Maggert irgendwie da irgendwie wieder initialisiert. Der wurde von Maggert da wieder in Lohn und Brot gebracht. Ja, ja. Habe ich zumindest im Kopf gehabt. Ja, ja, das kann auch sein. Richtig, in dem Zeitpunkt, wo Maggert zur Winterpause als Trainer angetreten ist, ist er dann da so in den Mittelpunkt gerückt. Ich hatte gedacht, das war so, aber gut. Ja, ja, kann auch sein. Ja, okay. Geiler Typ, geiler Typ auf jeden Fall. Auch schön, Schiedsrichter des Spiels, Markus Merck und die Beschreibung ist wunderbar. Hat auch eine tolle Note 4 bekommen, aber entschied in strittigen Situationen zugunsten des VfB so viel er beim Elfmeter auf Pinto Schwalbe herein. Also das ist natürlich auch schön. Markus Merck, meine Güte, war auch 100 Jahre Schiedsrichter, oder? Ah ja, Freunde, Freunde. Gut, morgen also aller Fokus auf Bremen, liebe Freunde, jeder, der im Stadion hat. Jawohl, was er Zeug hat. Ja, so ist es dann. Ich sehe schon, Basti will ja Schluss machen, und dann haue ich jetzt noch ganz kurz die Empfehlung raus. 93 haben wir ja schon gesagt. Wenn ihr euch da nochmal mit dem Thema Hop beschäftigen wollt, ich verlinke euch auch nochmal den Twitter-Thread von EdAndrenalin77, den hat uns der Sounds2Move geschickt. Da wird nochmal das ganze Thema so ein bisschen auch dargestellt und anderes Thema, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, der liebefreundliche Coronavirus. Da gibt es wochentäglich einen Podcast vom NDR eine halbe Stunde. Die unterhalten sich mit dem Herrn Drosten, der ist Chef-Virologe in der Berliner Charité. Wer da nochmal wirklich so ein bisschen mehr unaufgeregten und wissenschaftlicheren Ansatz haben will, um sich zu informieren, der kann gerne da einfach mal rein. Lustigerweise haben Marvin und ich da genau, weil wir uns das interessiert hat, haben wir den auf der Rückfahrt aus Salzburg, haben wir uns den angehört. Ja. Das ist tatsächlich so, wie du sagst, unaufgeregt, teilweise ist es tatsächlich aber auch ein bisschen lang. Ja, ist zu lang. Ja, also stellenweise merkt man halt schon, dass da eine Wissenschafts-, dass sich da Wissenschaftsjournalisten Ja, vor allen Dingen, dass sie sich zwingen wollen, einmal am Tag das zu machen. Ja, also der geht eine halbe Stunde, ich finde das schon noch erträglich, du merkst nur halt, also ich hab zumindest aus meiner Meinung heraus, du merkst halt schon, dass da zwei Experten oder zumindest Menschen, die sich sehr lange mit dem Thema Wissenschaft und wie man solche Ansätze verfolgt, irgendwie unterhalten und es ist manchmal ein bisschen schwierig, da irgendwie in die Begrifflichkeiten und so reinzukommen. Aber es ist halt einfach unaufgeregt und das finde ich halt das Charmante daran. Es geht jetzt nicht irgendwie um Panikmache, sondern da werden Hintergründe erklärt. Das ist korrekt. Das ist das, was mir halt einfach in all dem, was du sonst irgendwie dazu findest, halt komplett fehlt. Naja, also es wird schon viel auch getan, um das alles ein bisschen zu erläutern, aber es ist natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, viele der Ansichten, wo gesagt wird, ja, überall Panik, das sehe ich zum Beispiel bei vielen öffentlich-rechtlichen eben nicht so, ja, also da muss ich schon sagen, das wird mir so ein bisschen, also da wird mir so ein bisschen, nur weil die Bildberichterstattung momentan hysterisch, komplett hysterisch ist und du jetzt schon den Laver dazu gebracht hast, was könnte man denn Gutes aus Corona-Vorräten kochen, also da muss ich echt sagen, Leute. nein, aber du kannst dann ganz ehrlich, die Menschheit braucht sich bald wirklich, kann sich abschaffen. Johann Laver kocht, ganz ehrlich, du denkst doch, du bist in irgendeinem Satire-Film gelandet langsam. Johann Laver kocht Rezepte aus Corona-Vorräten. Geht's noch, alle? Geht's noch, Leute? Naja. Das ist schon reichlich, reichlich absurd, aber deswegen umso besser dein Vorschlag, denn der NDR macht das echt unaufgeregt, für mich teilweise zu unaufgeregt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt könnte es auch mal vorbei sein, aber sie erklären es zumindest relativ ausführlich und das ist doch ein löblicher Ansatz. Genau. Yes. Dennis, du hattest glaube ich auch noch was, was du empfehlen wolltest. Ja. Wir wollen wieder Öko-Tipps, Alter. Au, 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 das verschieben wir mal auf nächste Woche, das wird jetzt zu lange dauern. Es gibt nur einen kleinen Tipp, an der Stelle auch Grüße an SGE Gonzo und zwar getroffen auch in Salzburg, wenn ihr in Salzburg seid, sehr lecker, die Original-Salzburger Mozart-Kugel vom, ja, was ist das, Fürst, glaube ich, heißt die Marke, total überteuert, 1,40, eine Kugel, aber saugeil und ich weiß gar nicht, wurde dann auch auf Twitter von einigen Leuten, die da auch eingekauft hatten und Gonzo hatte das ja auch geteilt gehabt, total verrückt, aber geil, also man muss wirklich sagen, wenn ihr da seid, es lohnt sich auch mal so eine schöne Mozart-Kugel, die Original-Salzburger Mozart-Kugel, weil angeblich ja der Erfinder ist, diese schönen Spezialität, eine schöne Sache, also wer da Lust drauf hat und auf Süßkram steht, es lohnt sich. Das ist ein Megatipp, Alter, wird diese Mozart-Kugel total verrückt, die sind nur runter, da ist Schokolade dran, ich liebe es, ich liebe es leider. Mozart-Kugel sind lecker. Aber ich habe mir auch welche gekauft, ich habe mir auch wirklich genau die gekauft, die du gesagt hast. Auch von Fürsten? Ja, weil ich kenne ja auch immer nur die Rebe oder wie, ist es eine Rebe? Genau. Die kann ich, die gibt es natürlich in unserem Raum. Ja, die esst ja auch hier ganz gern, aber es war nochmal was anderes, ein bisschen dunkler, du hast den Schokoladengeschmack mehr gehabt. Genau. Ja, also wie gesagt, aber gerne, gerne nächstes Mal auch wieder mal richtige Umwelt-Tipps bei meiner Arbeit. Nächste Woche, wie sie aus ihren Corona-Problemen und auch nur mit Marvins Intro Energie gewinnen können oder irgendwas. Genau, Marvin macht dann wieder das Intro. Hervorragend. Komm, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Basti geht nochmal ins Reha-Zelte mit dafür morgen fit ist. Ja. So. Und wir melden uns in der nächsten Woche wieder und wer weiß, über was wir dann reden, ob wir über Fußball reden, ob wir über Viren reden oder andere Dinge, das entscheiden wir dann. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Viel Spaß beim Fußball und bis in die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschö. Hey. Hey. Es kann am Frankfurt. Hey. 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 Es kann am Frankfurt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020